Warum sind dir diese Menschen wichtig? Sie interessieren sich nicht für dich. Keiner von ihnen. Sie kennen dich nicht einmal, weil du dich nie gezeigt hast. Jeden Tag wachst du auf und es ist immer weniger von dir da. Du lebst dein Leben für sie und sie sehen dich nicht mal. Du siehst dich nicht einmal selbst. Edgar Einzelsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast. Es sind die zwei Typen mit der Brille. Der eine klug, der andere... Das wollte ich eigentlich so austriften lassen, weißt du? Also, dass nichts kommt. Ach so, hat nie geklappt. Also, weißt du, als ob irgendwas Uncharmantes in der Luft liegen würde. Es liegt ja immer noch was Charmantes in der Luft, wenn wir zugegen sind. Aber wir brauchen eine Hymne, oder? Hä? Was hast denn du gegen unsere... Ey, wir wollen seit wie lange... Also, ich sag mal so. Du hast ja schon mal die Idee vor langer Zeit gehabt, dass wir eigentlich ein Lied machen für NDE. Ja. Wer hat es bisweilen noch nicht geschafft, irgendwie auch nur Ansatz... Doch, ich hab mir mal zwei Lines, hatte ich mir mal irgendwann notiert vor anderthalb Jahren, aber naja. Also, bei mir liegt eine komplette NDE-Doppel-LP. Ich weiß, natürlich. In Skizzenform, ja. Natürlich. Genau. Hallo, ihr wunderschönen Menschen, ZuhörerInnen da draußen. Hier sprechen Kollege Hartmann und Edgar Einfühlsam. Wir waren eine Weile abwesend, aber jetzt hört ihr ihn wieder. Die schönste nebensächliche Sache der Welt. Unseren Podcast. Nicht die einzigen. Und wir begrüßen euch zurück aus der Schmoll-Antene. Schmoll-Antene? Was ist das für eine Wortkreation? Also, selbst auferlegt, Tür zu und schmollen. Ach so. Ja. Mein Gott. Da geht's kreativ direkt schon wieder hier haushoch los. Der hat die. Wir sind lange weg gewesen. Ich hab grad eine halbe Club Mate getrunken. Du trinkst ne Spezi. Aber ist das nicht die von... Ist das die von Paulana? Nee, das ist die ungeile Spezi. Und ist die auch ungeil von Geschmack her? Nö, es geht schon. Oh Gott, nein. Es ist solide. Von Geschmack her, Alter. Das ist ja... Was für ein Boomer bin ich denn schon wieder, ey? Bist du schon ein Boomer, wenn du die... Ja, weiß ich nicht. Wenn du i bimmst und 1 Delle und so was? Nee, das ist durch. Das ist sowas von durch. Das war ja eigentlich schon durch, als die Sparkasse damit angefangen hatte. Okay. Und das ist ja schon circa 10 Jahre her oder so. Okay. Keine Ahnung. Ich glaub schon. Aber als ich vor drei Jahren auf einem Auto gelesen hab, i bimmst 1 Delle, musste ich schon übelst feiern, weil da war wirklich eine Delle. Ach so? Ja, das war ein Aufkleber, der in so eine Delle eingebuchtet war, weißt du? Herrlich, herrlich. Das fand ich gut. So, bevor wir zu den locker fluffigen Sachen kommen, machen wir jetzt erstmal wieder die Basics. Wir sind nicht die Einzigen. Folgt uns auf Instagram, bewertet unseren Podcast bei Spotify mit 5 Sternen, dann sind wir ganz glücklich. Was kann man noch machen? Ach so, ja. Irgendwann natürlich. Du bist Edgar Einfühlsam bei Instagram. Ich bin Kollege Hartmann bei Instagram. Folgt uns. Lasst uns kommentiert mit... Gibt's ein Q-Tip? Gibt's ein Wattestäbchen? Was ist denn mit unseren Erdnüssen eigentlich? Ist das Staffel 1? Also es kamen mal ein paar Nachzügler, die das gehört hatten und weit danach noch kommentiert hatten mit Erdnüsschen. Aber ich glaube, es gibt keine Q-Tips. Ich glaube, weil ich wollte schon mal irgendwann so einen Corona-Test mit einem Emoji darstellen und ich hätte das am liebsten mit einem Wattestäbchen gemacht und das gab's glaube ich nicht. Ja. Aber was gibt's denn für ein lustiges Emoji? Unigiris? Ja, natürlich. Unigiris. Kommentiert unter den letzten Posts von uns mit Unigiris und ihr seid Mitglied unserer Großfamilie. Ja. Für die frevelhaften Menschen, die nicht wissen, was Unigiris sind, weil sie vor sieben Folgen nicht genau zugehört haben. Das ist eine asiatische Reisspezialität, die in den kulinarischen Hemisphären des Kollegen Hartmanns auch öfters mal auf- und zubereitet wird. Direkt neben Mandarinen. Mandarinen, das ist so dein Absolutionsessen, oder? Nee, ich hatte die schon gesagt. Was, ja? Ja, nee, doch. Immer wenn ich denke, dass ich Herpes bekomme, esse ich Mandarinen und tatsächlich habe ich dann das Gefühl, dass es nicht so doll wird. Aber du bekommst ihn, vielleicht sind die Mandarinen ja die Ursache. Nee, ich kaufe die immer bloß, wenn ich Herpes habe. Also wenn es sich langsam ankündigt. Ja, schön. Soll ich dir mal was sagen? Ich muss dir mal was sagen. Ich bin jetzt, wir haben jetzt fast gleich den 1. April, das bedeutet das erste Quartal diesen Jahres ist rum und ich habe dieses Jahr nicht einmal Alkohol getrunken oder gekifft. Ich bin sober bis jetzt. April, April. Ich bin komplett clean bis jetzt. Ja? Warum denn? Weil ich Bock drauf habe. Du hast jetzt Geburtstag, da brichst du damit, oder? Nee, weiß ich noch nicht. Weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, ich werde nüchtern bleiben auch zu meinem Geburtstag, weil es fühlt sich gerade nicht so an, als ob ich trinken möchte. Also wenn in naher Zukunft ab April, Mai wieder Konzerte losgehen, kann ich noch nicht genau sagen, ob ich da auch immer noch Bock habe, nüchtern zu bleiben. Also wenn es sich gut anfühlt, irgendwie, was weiß ich, mit Sekt anzustoßen, mit dem Dom Perignon. Natürlich, dann weiß ich nicht, ob ich Nein sage oder ob ich es für die Situation angemessen halte. Aber irgendwie finde ich es gerade ganz okay, komplett nüchtern und alles zu sein, ja. Ich beglückwünsche dich. Ich habe mich schon gefragt, warum wir heute so gleich wirken. Weil jetzt unterscheidet uns wirklich nicht mehr viel. Nee. Finde ich gut, ja. Was geht bei dir so ab? Oh, was soll ich erzählen? Also, wie wir ja den... Oh, was soll ich denn schon erzählen? Aber jetzt, wo du fragst, ich habe mir da so 40 Punkte aufgeschrieben. Du, ich mache das Übliche. Das gibt es doch nicht. Sag mal. Jetzt habe ich meinen, es tut mir wirklich leid. Also, das ist mir aber noch nie passiert. Oder, dass mein Handy losgeht. Weil der Einzige, der mir schreibt, bist du. Und wenn ich hier sitze... Doch, wir haben schon mal ein Telefonat von dir und deiner Freundin veröffentlicht, in einer Folge versehentlich. Das habe ich vergessen rauszuschneiden. Das war nicht mit meiner Freundin. Ach nee, mit der Kita oder irgendwas? Das war die damalige Krippenerzieherin meiner Tochter, die mich irgendwie angerufen hat und gestanden hat, dass meine Tochter irgendwas mit Milch gegessen hatte. Meine Tochter ist ja gegen Milch und Ei allergisch, stand heute. Ja. Oder allergisch, wie sie immer sagt. Allergisch. Ähm, genau. Ja, das hatten wir mal mit drin, tatsächlich. Seitdem hören wir jede Folge von Anfang bis Ende durch. Du. Genau. Ähm, ja, du, ich mache das Übliche. Also, wenn wir nicht zusammen sind. Ähm, ich sitze da, gucke auf mein Handy und schaue mir alte Fotos von dir an. Und wartest auf den nächsten Aufnahmetermin. Ja, ja, aber vor kurzem bin ich so bei, vor fünf Jahren gelandet und ich muss sagen, du hattest echt Pepp. Als du jung warst, du hattest wirklich Esprit. Fiel mir vor ein paar Tagen auf, als ich eine dieser traurigen Runden vollzog. Eine Stammhörerin von uns, die hat, äh, unser erstes Interview bei YouTube gefunden und, äh, das fand ich interessant. Wie lange ist das jetzt her? Ist das 2016 gewesen, ne? Ja, muss ja, also mein Album, das damalige Album Alltag live kam 2016. Ja. Äh, das war unser erstes Interview, ja. Ich muss halt voll lachen, weil mir, also ich hab letzte Woche mit meiner Freundin, wir sind extrem affin, was Teenie-Komödien angeht und wir haben den Film Ghost World aufgeholt. Weiß nicht, ob du den kennst, der ist mit Steve Buscemi, Scarlett Johansson und der erst so 2001 und ich lese das so, 2001 und richtig hängen geblieben, das kommt mir tatsächlich noch futuristisch vor, wenn ich diese Zahl lese. Ja, nice. Ja, ich verstehe voll. Dann hab ich so einen Lachanfall bekommen, wir haben 2022 und ich denke, 2001 ist halt irgendwie noch zukunftsträchtig, ja. So, das ist wie die 80er Jahre. 2000, ja, ich weiß. Voll. Ja, das ist so wie, und jemand, der, äh, zum Beispiel, ich hab mal mit einer 20-Jährigen gesprochen, die hat halt gelesen, auf meinem Ausweis gelesen, dass ich 87 geboren bin und übelst gelacht, Alter, das ist ja letztes Jahrhundert und so, wie einem das vorkommen muss und ich muss immer übelst lachen, wenn ich irgendwie, dann hab ich ihren Ausweis gelesen, Alter, 1999 oder 2000, willst du mich verarschen? Das ist ja lächerlich. Ja, genau. Ja, so ist halt das Zeitempfinden, aber wie bin ich da überhaupt hingekommen, warum ich das, also der Film Ghost World ist sehr erfolgreich, alle Menschen, die auf skurrile Teenie-Komödien stehen, à la Clueless oder, ähm, wie hieß dieser Geile mit Emma Stone? Äh, Busy A, genau, das kann ich nur empfehlen, kleiner Filmtipp am Rande. Und wir haben uns ja gerade schon entschuldigt dafür, dass wir ein bisschen länger off waren, also ich kann's gar nicht mehr richtig sagen, die letzte Folge ist schon drei, vier Wochen her, normalerweise machen wir immer alle zwei Wochen, äh, hängen wir einfach damit zusammen, dass der Struggle real ist, also da ist relativ viel los. Ich hatte mal Urlaub dazwischen, der ist komplett ins Wasser gefallen, weil wir alle, äh, eine riesengroße Kotz-Party gefeiert haben. Das war auch ganz lustig. Unglaublich. Unglaublich, ja. Und, ähm, ja, und dann steht man wieder so auf den Füßen und, äh, denkt sich, wir haben vergessen zu sagen, dass uns unsere ZuhörerInnen, wenn sie uns toll finden, auch noch Geld geben können. Das habe ich am Anfang tatsächlich vergessen zu sagen. Genau, es gibt unter, in den Shownotes und unter den ganzen Sachen, äh, unsere Paper-Konto-Verbindung und jetzt, äh, twiste ich einfach wieder ganz normal zum üblichen Thema zurück. Ja. Ich finde das krass, dass, äh, da hast du einmal Urlaub mit deiner Fam am Start, Alter, und ihr gebt euch den, den Brecht-Durchfall-Staffelstab einfach immer weiter. Es ist grandios. Das war killer. Also, da fühlst du dich dann, ähm, du fühlst dich dann schon latent verarscht, so. Meine, äh, Freundin sagt da auch immer, wir müssen irgendwie verflucht sein, weil die war tatsächlich mit meiner Tochter an ihrem Geburtstag im Krankenhaus und hat das auch noch selber bekommen, an ihrem Geburtstag. Und dann habe ich, äh, am Donnerstag war ich dran und da hat sich erst mein, am Anfang ging's noch, mein Kind kuschelte sich so zu mir und wir haben zum zehntausendsten Mal die Eiskönigin geguckt. Nice. Und danach, äh, ist sie so aufgestanden, weil den beiden Mädels ging's ja wieder gut und ich habe anschließend in Krampfhaltung acht Stunden Making-of die Eiskönigin angeguckt, weil, äh, die Funktastatur nicht mehr ging und das lief einfach durch. Ich konnte nicht aufhören. Ich konnte ja aufstehen, also ich bin einmal zum Kotzen aufgestanden und, äh, zu diesem Eiskönigeding erzähle ich gleich noch was, aber was mir am Freitag passiert ist, auch richtig geil. Ich stehe dann auf, also mir war halt, also es war vorbei, aber ich war auf jeden Fall dadurch, dass ich keine Nährstoffe intus hatte und mir auch nicht so richtig was zuführen konnte, äh, ganz schön taumelig auf den Beinen, aber das Wetter war halt eben so geil an dem Wochenende. Also ich wollte auch raus und da habe ich festgestellt, dass ich mich an dem Montag, bevor wir alle nicht handlungsfähig wurden, in, äh, irgendwo geparkt habe, woraus aufgrund eines Umzuges eine Parkverbotszone wurde. Und da war das Umzugsunternehmen, äh, so gnädig, mein Auto für 200 Euro von der Polizei an einen anderen Standort umzusetzen. Und das wurde mir dann so klar und dann, äh, das habe ich tatsächlich noch nie gefühlt, diesen, äh, 50-50 konzentrierten Mix aus Hass und Belustigung. Es war dann wirklich, äh, also stell dir bitte eine Drohnenaufnahme vor, wie ich dort auf dieser Straße stehe. Äh, 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 und ich werde immer kleiner, aber das Lachen ist halt immer noch, äh, ganz nah am Ohr zu hören, so war das in etwa. Tatsächlich darf man das einfach machen, ne? Ja, also wenn du jetzt nicht irgendwie einen Privatparkplatz besitzt oder so, die Stadt Leipzig, das ist kommunal immer unterschiedlich geregelt, darf in drei bis vier Tagen so ein Schild einfach aufstellen und dann bist du da in der illegalen Zone. Ob du nun, keine Ahnung, äh, irgendwo in deiner eigenen Kotze verrottest oder was weiß ich, die können die Kosten auf den Fahrzeughalter oben legen. Und das fand ich dann, ähm, ja, das fand ich einfach witzig zum Schluss. Was soll ich da noch großartig finden? Ich wurde in Berlin mal abgeschleppt, da haben wir Support gespielt für den toten Crackhorn im Kofferraum und das hat da, ähm, auf dem Cassiopeia-Gelände stattgefunden und da war irgendwie auch Flohmarkt und so und generell ist das halt so eine Touri-Zone, wo man eigentlich mit einem Auto am besten gar nicht hinfährt, weil da haben sofort Leute ein Auge drauf, wenn da ein Auto ist und das wird sofort abgeschleppt. Und nun war es so, dass wir eigentlich bloß angekommen sind und Hallo sagen wollten und erfragen, wo können wir mit dem Auto ranfahren zum Ausladen? und haben uns da, ach nee, wir sind nach Essen gegangen, wir Idioten, Alter, wir haben uns so in Sicherheit gewiegt, ey. Naja, jedenfalls kamen wir dann vom Essen wieder zurück an die Venue, wollten ausladen und da war das Auto weg und das heißt, die ganze Technik, alles, was wir brauchten zum Auftreten und so weiter, war dann halt mit weg. Und dann, ähm, war es so, dass in Berlin kannst du, ähm, wo kam denn der Code her? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich hab dann irgendwie bei dem Abschlepp-Service oder bei der Polizei angerufen, die konnten mir dann einen Code sagen oder der Code wurde mir dann per SMS irgendwie zugeschickt und dann konnte ich an den City-Rewe im Hauptbahnhof fahren, dort bezahlen an der Kasse und dann haben die mir gesagt, wo mein Auto steht und die haben das halt auch bloß 200 Meter weiter hingestellt. Eben, das wollte ich nämlich sagen, Berliner Recht ist anders. Ich war dann in einigen Foren unterwegs, weil ich mir auch um meine Rechtslage gerne Gedanken machen wollte. Und da gab's Erfahrungsberichte aus Berlin, da stellen die das Auto quasi nur irgendwo um die Ecke und da bin ich in einem Forum gelandet, richtig geil, äh, da war ein Typ, der hat den abschleppen lassen und musste aber den Abschleppdienst dann doch im Nachhinein bezahlen, weil das war irgendein Nissan Micra, 1990er Baujahr, welcher dem Fahrzeughalter scheißegal war und der war auf den auch nicht mehr angemeldet. Das heißt, die konnten den Fahrzeughalter nicht ermitteln und der Wichser, der den Abschleppdienst gerufen hat, musste ihn halt zahlen. Und das hat mich halt super befriedigt, weil ich hab halt, ich hab erst mit der Polizei telefoniert und dann hab ich mit dem Umzugsunternehmen telefoniert und dann sagte der Vollidiot mir am Telefon noch, ja, Sie können froh sein, dass ich Sie nicht verklage und Ihnen nicht für vier Leute 28 Euro die Stunde abziehe, weil die nämlich eine Stunde wegen Ihnen nicht anfangen konnten. Und ich war eigentlich schon voll auf Schreien, also ich hatte richtig Bock, den anzuschreien, aber der ist so schneller als ich hochgefahren, ja, so, dass der einfach so, und dann hab ich einfach, ich hab einfach erkannt, dass ich hätte zurückschreien können, aber ich war ja, wie gesagt, physisch einfach auch noch total entmineralisiert, ja, und hab dann einfach gesagt, ach weißt du was, fick dich, schönes Leben noch, und hab einfach aufgelegt, ja, und hab dann halt, ja, mir den Spaß mal gemacht, einen Verkehrsrechtsanwalt zu suchen und er hat halt gesagt, ja, Sie können jetzt halt gerne nochmal anderthalb Jahre Energie und Finanzen investieren in die ganze Scheiße, oder Sie fokussieren sich halt auf andere Lebensprojekte, wie zum Beispiel Ihren tollen Podcast, natürlich ist er auch regelmäßiger Hörer von uns gewesen. Ja, lieber Grüße an der Stelle. Genau. Und dann hab ich gesagt, ach weißt du was, wie heißen Richter eigentlich, was sind so typische Richternamen? Also, es war ja kein Richter, was sind so Anwaltsnamen, ja, also ich hab gesagt, Michael, ist schon gut, du hast schon recht, ja, war auch total fresh damit, dass ich mit ihm ein Perdu war, sofort, ja, der hat auch erkannt, dass ich Hip-Hopper bin, Hip-Hop, haben sie direkt gebreakdanced? Ne, das nicht, aber sein Slang hat sich halt geändert, der hat dann auch gefragt, ey, Edgar, alles cool, ist alles fett im Schuh bei dir, und kam dann sofort in Slang, ach ich erzähl Bullshit, erzähl du doch mal, was bei dir los ist. Ja, bei mir ist, ich hab mal wieder live gespielt, das allererste Mal seit Oktober, ne, warte mal, also meinen letzten Solo-Auftritt hatte ich im Sommer in Dresden, dann hatte ich nochmal ein Konzert mit Gossi gespielt, wo wir für zugezogen Maskulin Support gespielt hatten im Oktober letzten Jahres, das war das letzte Konzert, und jetzt habe ich für Fridays for Future vergangenen Freitag am 25, warte, da, wo ich abgeschleppt wurde. Achso, das war der Tag. Ja, ich wollte ja da sein, ich wollte ja vor der Bühne stehen. Mit dem Auto, hätte ich abschleppen lassen. Du Assi, ich hätte gerne mit meiner Unterhose nach dir geworfen, aber ich hab's gesehen bei Instagram, es sah echt geil aus. Es war wirklich krass, es war wirklich richtig geil, also es waren 4000 Leute, glaube ich, bei der Demo am Ende. Also, es ist halt so, dass alle Leute, die Redebeiträge haben, die haben immer wertvolle Sachen zu sagen, aber es ist immer so eine Angelegenheit, wenn du irgendwie, mir fehlt dann oft der Sinn, dem folgen zu wollen, um ehrlich zu sein. Auch wenn das alles natürlich wichtig und richtig ist, was die sagen, aber ich denke mir dann immer so, ach, können die mal fertig werden jetzt hier, ich will jetzt hier mal Mucke machen und so. Und dann war es halt so, dass die 4000 Leute dann runtergeschrumpft sind auf 200, Leute nach einer Dreiviertelstunde Redebeiträge und ich mir so dachte, naja, komm, dann, jetzt ballern wir mal los hier und dann hab ich halt eine halbe Stunde Action gemacht, so. Ich bin so totes aufgeregt gewesen, ich bin schon wirklich ewig nicht mehr vor Auftritten aufgeregt gewesen, also höchstens mal so in der letzten Stunde vor einem Auftritt bin ich eigentlich aufgeregt und jetzt, ich war so konsequent zwei Wochen vor dem Auftritt war ich wirklich komplett nur aufgeregt. Ich konnte abends nicht einpacken, aber wirklich, ich hatte einen übelsten Herzschlag auf Arbeit gehabt, so richtig, boah, das wird bestimmt voll krass und so weiter. Und ich hab mir seit zwei Wochen, hab ich mir Gedanken gemacht, wie die Setlist ist, was ich zwischen den Liedern sagen will und so weiter. Ich hab die Setlist live komplett anders gemacht, ich hab nichts von den Sprüchen gesagt, die ich mir aufgeschrieben hab. Ich kam dann einfach auf die Bühne und hab gewusst, jo, das ist das, was ich jetzt machen will, ich will jetzt live ballern und war einfach alles wie immer, hat mega Spaß gemacht. Alter, die Kids halt mega geil. Von der ersten Sekunde an bis zur letzten sind die komplett Nuts gegangen, komplett Bananas, sind gesprungen, gehüpft die ganze Zeit, haben alle, alle widerlichen Mitmachdinger, haben die mitgemacht. Äh, war richtig geil. War einfach nur richtig geil. Und am Ende hab ich noch ein bisschen Merchgeld eingenommen und direkt gespendet für Fridays for Future. Geil. Genau, die haben das dann auch noch weitergegeben für Ukraine-Projekte. Das ist schön, auf jeden Fall. War mir in letzter Zeit eigentlich immer Nuts. Das ist so, also wir haben am Anfang schon über Boomer-Slangs gesprochen, äh, ich krieg immer so gewisse Slang-Wörter ewig nicht mit und dann knallen die mir irgendwie in jedem Format um die Ohren. Irgendwie sagt seit Wochen jeder Nuts. Wird das gerade häufig gesagt, ja? Ja, also zumindest meine Wahrnehmung, vorher hat's gar keiner gesagt, reden wir wirklich, reden wir über die Nüsse? Ich weiß nicht, was das für eine Umgangssprache ist. Das kommt natürlich irgendwo aus dem Amerikanischen oder aus dem Englischen. Go Nuts, aber woher genau? Also weshalb, wieso, weshalb, warum, weiß ich auch nicht. Also ich offenbare mich, ja. Ich hab keine Ahnung, ich hör's nur. Aber ich hätte mal, mich hätte mal der Kontext interessiert, was ist, wo es herkommt, welche Sprachforscher belegen es. Kann ich dir? Wann wird das Jugendwort des Jahres? Nuts. Ja, auf jeden Fall. In der Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, also ich weiß nicht, wo du jetzt hin wolltest, aber in der Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, hab ich natürlich weinend hier auf meiner Couch gelegen und hab aber Filme geguckt, teilweise für mich neu, die aber alt waren, teilweise, nee, ich hab keine neuen Filme geguckt, aber ich hab ein paar alte Filme nachgeholt. Und zwar hab ich zum einen geguckt, Shining. Geil. War mega. Eins hat mich an dem Film extrem angekotzt. In der deutschen Fassung hat der Chef... Ich wusste es. Ich hab jetzt extra mein Maul gehalten. Pass auf, ich vervollständige deinen Satz. Der Chef von Jack Nicholson, die Synchronstimme, die er sein späteres, komplettes deutsches Dasein haben wird. Und das checkt übelst. Genau. Und ich hab den Film dann auf Englisch gucken müssen, weil ich das nicht ausgehalten hab, dass das der Umstand in dem Film ist. Ja, krass. Aber der Film an und für sich, sehr schön, muss ich sagen, sehr geil. Kommt zu entspannt, ja. Also ich fand den wirklich richtig nice, vor allen Dingen dann zu sehen, wie Family Guy und Simpsons immer wieder Referenz ziehen. Spiel mit uns, Dewey. Ja, all so ein Kram. Und ich hab dann, irgendwas sagt er hier, Danny, der Sohn heißt Danny, glaube ich, ne? Und ich hab dann halt aus dem Film eine Sprachnachricht für Danny Köttert, also der Zitterman, aufgenommen, der hier Fotograf und Videoregisseur ist, also der, der hat für Mexikaner und Hämatom hat er für mich Videos gemacht und da hab ich halt eine Sprachnachricht aufgenommen und da ging's so, Danny, I love you, irgendwas so und der sofort, hä, The Shining, hab ich gerade auch erst geguckt, hä, 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 hä. An der Stelle nochmal Shoutout, Danny hat ein Buch rausgebracht, Still Shaky heißt das, ich hab für ihn den Einband gemacht, äh, ich hab das für ihn hergestellt, das ist ein sehr geiles Fotobuch, kann ich an der Stelle nochmal appreciaten, vielleicht mach ich mal noch einen Insta-Post, um da nochmal Werbung dafür zu machen. Hat das, äh, einen thematischen Tenor? Ja, in dem Buch geht's da drum, dass er all seine Videos als Screenshot, ähm, als Screenshots, äh, in dem Buch abgebildet hat und immer noch Texte dazu geschrieben hat. Ah, okay, so Erfahrungsberichte. Ja, ja, genau so, ein paar, also so eine Art Tagebuch und die Screenshots, man stellt sich das jetzt ein bisschen billig vor, aber tatsächlich ist es so, dass Danny in der Komposition seiner Bilder sehr ausgewählt ist und, ähm, eigentlich jede Szene ist immer mit Bedeutung gefüllt bei ihm so und, äh, nimmt meistens auch immer direkten Bezug auf den Text oder spielt, also es ist wirklich krass, also die Ebenen sind wirklich krass. Danny hat übrigens bei Wraving den ganzen Video gemacht, hast du das mitgekriegt? Na, das, wo die auf Mallorca waren, oder? Oder das ist das Letzte, was jetzt rausgekommen ist? Ja, ja, genau, genau. Also habe ich mich gefreut, dass dir das, dass das geklappt hat, so. Ja, genau, also du, dein, äh, Bestreben war ja auch, indem du das Buch bewirbst, äh, die Leute neugierig zu machen und, äh, Danny ist, äh, Tourbegleitung der Antilopen-Gang und hat da auch schon, ich glaube, äh, Patienten-Kollektiv beinhaltet auch Aufnahmen von, von Danny. Und alle Gossenboss-Videos. Gossenboss-Videos, also einfach ein cooler Fotograf, Videomacher, toller Mensch, bester Veganer. Äh, still shaky, übrigens bei ihm, äh, Name ist Programm, weil der hat so einen angeborenen Gendefekt, dass er, äh, zittert, deswegen auch der Zitterman und natürlich die beste Voraussetzung, um Fotograf zu werden, ist natürlich zu zittern, ist natürlich supergeil. Er sagt immer scherzhaft, er möchte irgendwann mal sein, sein Zittern als Plug-in für Videoprogramme, äh, veröffentlichen, sodass Leute, äh, das gleiche Zittern in ihren Videos benutzen können als Plug-in. Ja, manuelles Plug-in. Ja. Könnte man Danny Kötter aus der Kamera, oder? Ja, ja, das ist richtig nice. Ja, ich hab noch, äh, soll ich, soll ich noch die anderen Filme kurz erzählen? Oder lang erzählen sogar? Wie du magst, genau. Soll ich da mal die Heizung abdrehen? Du hast schon ganz rote Ohren. Ist dir warm? Es ist schon schön warm, ja, auf jeden Fall, aber ich hab mich ja auch ausgezogen, also von daher. Ne, ich wollte nur ganz kurz sagen, äh, ich kenn das, also ich kenn diese Aufarbeitung von Klassikern. Bei mir war es letztes Jahr, äh, Apokalypse Now, zum Beispiel, nie gesehen. Ne. Ich hab zum Beispiel, was bei mir auch, äh, also immer mal reingeillert, aber halt auch auf der Liste steht, ist Schindlers Liste, tatsächlich. Ähm. Den haben wir sogar in der Schule mehrere Male geguckt. Ja, das ist nie dazu gekommen. Ich weiß, worum es geht. Und es ist halt nie so, dass du sagst, oh komm, wir entspannen mal dreieinhalb Stunden auf Schindlers Liste. Also es muss dann, dadurch, dass halt einfach, ähm, äh, Lebenszeit rar ist, ja, äh, ist es halt so, dass du das halt mal nicht einfach so machst an einem Abend. Weil so ein Abend immer irgendwie die Implikation für mehr ist, als dreieinhalb Stunden nur rumzulegen. Aber erzähl mal weiter, ich bin gespannt. Und mir geht grad noch ein Gedanke durch den Kopf, weil ich auch viele andere Podcasts höre und sich die Leute dann immer den Kopf zerbrechen, wie man jetzt in Wirklichkeit mit der Kriegssituation umgeht und mit Podcasts und wenn man nicht drüber redet. Und ich muss sagen, ich glaube, alle, die uns hören, ihr habt bestimmt 10.000 Kanäle, wo ihr permanent Informationen zum Krieg bekommt. Und die sind auf jeden Fall besser formuliert, äh, besser, ähm, äh, wie sagt man, äh, kuratiert, als wenn ihr von uns was bekommen würdet. Die ist, die Situation ist immer noch beschissen. Wir machen weiter mit dem, was wir können, äh, wir können quatschen. Und, ähm, ja, das ist jetzt einfach unsere, wir machen irgendwie so weiter und spenden Geld, äh, wenn's möglich ist. Das möchte ich bloß mal kurz gesagt haben, um, äh, das halt einfach gesagt zu haben. Ich glaube, eigentlich wissen's alle, dass, äh, dass wir das wissen, dass wir wissen, dass ihr wisst, dass wir wissen und so weiter. Ihr wisst schon, ne? Ja, also ich, äh, bin tatsächlich, äh, bedeutend besser informiert als, äh, vor vier Wochen in der letzten Folge, weil mich, äh, einfach auch viele Dinge interessiert haben. Detail, äh, Details, äh, die vorher viele Fragezeichen aufgeworfen haben. Aber ich hab mir auch so meine Gedanken gemacht und tatsächlich hab ich auch so mit drei, vier Menschen gesprochen. Äh, äh, die ein bisschen angekotzt sind, dass sich das halt durch ihre gesamten Lieblings-Podcasts sieht, ne? Und es ist Teil unserer Lebensrealität. Und deswegen hab ich da zu 95% Schnittmenge mit dir, indem ich sage, ich seh es ähnlich. Die 5%-Divergenz sind halt einfach nur, dass ich mich inzwischen für recht informiert erachte. Natürlich nicht so krass wie jemand, der jeden Tag nichts anderes macht, ja. Aber, äh, tatsächlich fahr ich mir in letzter Zeit auch, ich trenne das so ein bisschen auf. Also, ich informiere mich aktiv, bewusst und da, dafür in gut recherchierten Formaten, die nichts anderes machen. Oder ich höre aktiv solche Sachen, um mich abzulenken, wie, äh, 5 Minuten Harry Podcast von Cold Mirror, so als einen von vielen Beispielen. Oder irgendwelche Filmrezensionen oder Geschichtssachen, bla, wo es halt bewusst aktiv nicht darum geht, sondern ein bestimmtes Feeling. Ich bin auch, ich bin auch mittlerweile informiert, hab mir auch viele Sachen angeguckt, auch, äh, Podcasts und, ähm, Deutschlandfunk höre ich auch, äh, jeden Morgen und informiere mich da über die aktuelle Situation. Aber das mache ich halt wirklich auch für mich privat einfach, also, ohne dass ich, ich könnte es gar nicht so wiedergeben, wie es andere machen. Nee. Und damit würde ich schon gar nicht der Situation gerecht werden. Voll, voll. Also, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Wenn man denkt, es wäre, es wäre besser, äh, seinen ZuhörerInnen das gar nicht so halbgar anzutun, weil dann haben sie eben anderthalb Stunden, warum hörst du das, äh, nicht um sich politisch zu informieren. Oh, geil, ich hab hier wieder so ein Kompensationsinstrument, weil ich hätte schon wieder mit meinen Fingern mit irgendwas rumgefummelt, was Leute von sich gibt. Dankeschön. So ein, ein Schaumstoff, äh, Würfel. Quader. Es ist eigentlich mehr Quader, oder? Ja. Also, ich würde nicht sagen, dass die Seiten gleich lang sind, ja? Ja. Genau. Nicht die einzigen. Der audiovisuelle Podcast, genau. Der Geometrie-Podcast. Der Geometrie-Podcast. Das ist auch gut, ja. Das Einzige, wo ich vielleicht mal ganz kurz drüber reden kann, ist halt einfach diese Befremdlichkeit, dieser Wechsel aus zwei, drei, vier Tagen gefühlter Normalität und diese eins, zwei skurrilen Tage, in denen dir, weil du dich informierst, bewusst wirst, dass dir bewusst wird, wie einem irgendwie der Boden der Boden unter den Boden unter den Füßen entschwindet, also einfach weil man geglaubt hat, in allem was wir machen, mit allen Defiziten, die es gibt, sind wir doch als Spezies vorwärtsgewandt, ja? Und selbst wenn wir in puncto Klimawandel sicherlich nicht ganz in der Planerfüllung liegen, also weit, weit hinter der Planerfüllung, weil wir halt einfach ein Konglomerat aus verschiedenen Generationen und Ansichten sind, hätte man doch nicht gedacht, dass man irgendwie in den Geschichtsbüchern so um 30, 40, 300 Jahre zurückgeworfen wird, ja? Also es wird einem halt irgendwie, also alle Debatten oder ich sag mal so, wir haben heute Folge 41, überleg mal, wie unser Podcast angefangen hat, alle Debatten und Gespräche, die wir so geführt haben mit allen Abwägungen im Gesamtgesellschaftlichen, drehten sich doch irgendwie um den tiefen Glauben darum, dass wir nach vorne denken, ne? Und das ist das Ding, also wir fühlen uns in allem, was wir machen, sehr zurückgeworfen und ich glaube, da kriegt man auch ein Gefühl für frühere Generationen, weil alles, was wir bisher gemacht haben, selbst wenn wir mal down sind und traurig oder antriebslos, hast du doch irgendwie das Gefühl, du bewegst dich nach vorne und dieses auf der Stelle tanzen oder sogar das Gefühl, jetzt wieder zurückzugehen, ja? Also rein moralisch betrachtet, das führt zu enorm viel Irritation und die sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich mich an vielen Tagen sehr entwurzelt fühle und ja, also das über dieses Grundgefühl kann ich maximal sprechen, habe ich jetzt hiermit auch getan, das ist das Gefühl, was dominiert und was glaube ich viele, wenn vielleicht mit anderen Worten artikuliert, ähnlich empfinden und da gibt es halt nichts Schöneres als ein schönes Gespräch nicht über diese Themen und auch einfach schöne Momente, die sich irgendwie noch nach Normalität anfühlen und man kann nur sagen, die Erde struggelt schon immer an verschiedenen Plätzen, Plätzen der Welt immer in verschiedenen oder unterschiedlichen Brisanzen, jetzt kann man sich irgendwie nur antrainieren, dass dieser Ausnahmezustand tatsächlich zu uns gehört, ja? Und so hart wie das auch ist, also diesen Balanceakt aus nicht apathisch hinbekommen und trotzdem noch den Normalitäten des Lebens wie Mitmenschlichkeit, Zuwendung, Lachen trotzdem irgendwie zugewandt, ja? Das ist schwer, aber daran will und muss ich arbeiten, weil sonst kriege ich das nicht hin, sonst ertrage ich ja nichts. Punkt. An der Stelle für mich Punkt. Ich habe zu viele Gedanken im Kopf, als dass ich die in einem wertvollen, gesellschaftlich Podcast wertvollen Satz umwandeln kann, deswegen ich lasse das ein. Dann erzähl mir doch noch ein bisschen was über die, sind das alles so Evergreens wie Shining, die du aufgearbeitet hast? Ich habe seit langem mal wieder Fight Club geguckt. Alles geil. Ich liebe Fight Club. Hast du gewusst? Hast du gewusst, dass Fight Club in der asiatischen Version hinten modifiziert ist und zwar siehst du, also Achtung, Spoilerwarnung für alle, die den Film Fight Club nicht gesehen haben, ich kann es kaum glauben, aber es soll ja, also wenn ich Schindlers Liste noch nicht gesehen habe, ist es wahrscheinlich, dass es das auch gibt, dann skip mal für eine Minute. Und zwar stehen Dala und Tyler am Ende, das Gebäude explodiert, das ist weggeschnitten, du siehst nicht, wie die das hochjagen und dann kommt eine Schrifteinblendung, also in Ländern wie Nordkorea ist das zum Beispiel so und da steht dann, dass Tyler Durden in eine Irrenanstalt eingewiesen worden ist und Dala auch sozusagen, also das ist so grob, da fehlt noch was, glaube ich gerade und im Grunde genommen wird eigentlich die ganze Quintessenz des Films, dieser Akt der Selbstbefreiung, ja, komplett ad absurdum und systemkonform in Richtung dieses politischen Regimes geführt, ja, finde ich abgefahren. Ja, das ist wirklich abgefahren. Dann bin ich mal wieder auf einem Science-Fiction-Trip gewesen und habe mir den Film Ex-Maschina und Interstellar angeguckt. Interstellar liebe ich, Ex-Maschina habe ich noch nicht gesehen. Alter, ich fand Ex-Maschina ist, nachdem ich Shining geguckt habe, der natürlich gerade durch das Auditive extrem glänzt, die vor allem durch das Auditive auch so viel Spannung mit erzeugt, habe ich so gedacht, Mensch, gibt es denn überhaupt heute noch Filme, die mit Soundkulisse, mit Sounddesign noch so viel Spannung erzeugen können. Und tatsächlich Ex-Maschina, Alter, der hat einen Sound, das ist so krass, wie der zu, also wie der die Spannung erhöht, also auch wirklich, wie es klingt einfach und was für Sounds da benutzt wurden. Ich kann es mit Worten gar nicht beschreiben. Also den Film muss man sich halt einfach angucken, wie schwer der Sound den Film macht. Also das ist wirklich, wirklich zu wild, ey. Wenn du sagst oder wenn du über Soundkulissen sprichst, dann finde ich das irgendwie abgefahren. Welche Filme speziell durch diesen oder diesen Wert hervorstechen. Also wir haben ja zum Beispiel nach der letzten Folge haben wir es uns ja mal richtig Blockbuster-mäßig gegeben. Also ja, Leute, nicht die einzigen. Edgar und Hardy sind auch im Off befreundet. Wir waren dann noch im neuen Batman. Das hat das Management eingerührt. Ja, ja, genau. Richtig, ja. Unsere Mütter. Und der war ja rein von der Ästhetik und der Soundkulisse auch sehr, also da steckte ja auch so eine gewisse Finesse dahinter. Also zum Beispiel hat jetzt auch, das waren ja die Oscars, wo Will Smith, The Rock, nee, nicht The Rock, sondern... Oh, die Porra in der geknallt hat. Nee, du vermischst gerade verschiedene Sachen. Oh, das hätte ich mit angesprochen. Also heute nehme ich so ein, oder die letzten Tage dann so ein Instagram-Video von Oliver Pocher. Habe ich mir heute angeguckt, die ganzen 15 Minuten? Nee, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Bei Rapshow? Ja, ja, genau. Bei Rapshow. Beste, beste. Ja, einfach geiler Typ. Und genau für alle, die das nicht wissen, also Oliver Pocher hat vom Comedian Fat Comedy eine geknallt bekommen. Und darum haben sich natürlich wahnsinnig viele Leute bemüht, sich zu positionieren, ihre Gefälligkeit oder ihre Antihaltung gegenüber dieser Aktion zu äußern. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich natürlich Gewalt nicht befürworte, aber es gibt so Dinge in dieser verschissenen Welt, ja, wo, und ich nenne jetzt keine Namen, einfach Leute machen dürfen, ohne reglementiert zu werden, ob irgendein Wichser kommt und mein Auto abschleppt oder irgendein anderer, der größte Hurensohn der Welt, irgendwo reingeht und Menschen umbringt, ja. Und dann ist es einfach schön, ja, wenn so ein respektloses, kleines Würstchen, was teilweise rassistisch homophob ist in seinen Witzen, ja, also wenn ihr Oliver Pochers Humor am besten zusammengefasst, hören möchtet, hört euch kleine, miese Type von der Antilopen Gang an, weil Kölscher sagt es halt auch in dem Part gegen Oliver Pocher, da ist keine Pointe, das ist einfach nur Herabwürdigung von anderen Menschen, ja. Und dann ist das vielleicht nicht linear und nicht die unbedingt pietätvollste Reaktion, aber die in dieser Hand, ja, steckte einfach so viel, was der Typ verdient hat, ja. Und ich weiß, dass das unkorrekt ist, was ich gerade sage, aber ich kann auch nicht anders. So, und wenn irgendein Comedian beschließt, jetzt immer wieder bei den Oscars, die Frau eines Menschen herabzuwürdigen und auch dafür alle, die nicht dabei waren, ich weiß, es gibt immer, die meisten wissen es, ja, aber Will Smith hat Chris Rock, so hieß der, eine geflatscht, nachdem er sich über die Glatze seiner Frau, die glaube ich auf Basis von Haarausfall, kreisrunden Haarausfall, ja, okay, lustig gemacht, ja, und dann hat er eben halt eine geflatscht und da passiert gleich viel mehr in mir, also zum einen ist es einfach dieser subtile Sinn nach Gerechtigkeit, dass kleine Übel oder, wie sagt man, kleine Sünden einfach mal schnell bestraft werden, ja, bestraft, das wäre ein geiler Spruch, kleine Sünden bestraft Will Smith sofort, ja, hat er eigentlich einen Oscar für King Richard gewonnen, genau, ja, sehr guter Film, hab ich zufälligerweise ich hab den zufälligerweise im Kino gesehen, krass, weil ich war hier bei Sneak Peek, also wo man hier bloß 5 Euro Eintritt bezahlt und du weißt aber nicht, was für einen Film du zu sehen bekommst und da lief King Richard und der, den fand ich sehr geil, den fand ich sehr gut, der steht auch auf meiner Liste, genau wie dieses Comedy-Drama Coda heißt das glaube ich, der hat auch die Oscars in den wichtigsten Rubriken gewonnen, die will ich mir auf jeden Fall reinziehen, ist jetzt nicht so, dass ich die Oscars als übelsten Gradmesser erachte, auch die Academy besteht aus einer Vielzahl von Menschen, aber es ist sehr interessant, was sich um die Oscars so drum herum positioniert, weil alle releasen in diesem Zeitraum Filme und da geht es nicht nur um den Film, der den Oscar gewonnen hat, sondern alle Filme, die so um diese 3, 4, 5 Monate rauskommen, sind sehr entdeckenswert, einige nicht, also ich pfeife zum Beispiel drauf, dass, na sag schon, Steven Spielberg West Side Story gemacht hat, das interessiert mich überschaubar, oder diese ganzen Musical-Filme, die drum herum rausgekommen sind, wobei ich sagen muss, apropos Musical-Filme, ich habe jetzt so auf die Eiskönigin mit meiner Schwester, äh, mit meiner Schwester, mit meiner Tochter geguckt, ja, Shoutout an meine Schwester, wenn du mit mir die Eiskönigin gucken willst, du bist herzlich eingeladen und dann auch noch kotzenderweise das ganze Making-of, was ich auf jeden Fall krass fand, also ich habe mir 7, 8 Stunden am Stück angeguckt, wie ein Film animiert wird und fand das krass, also ich habe mir schon immer bestimmte Fragen gestellt, was passiert zuerst, ja, zum Beispiel die Synchronisation, also nachdem das Storyboard steht, ist es so, dass die Synchronsprecher immer wieder eingeladen werden und schon teilweise vorher, vor der Animation, während der Animation, nach der Animation einsprechen, Korrektive einfügen und, äh, jede Figur, weil da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit dahinter, so hast du ein großes Team und dann wird das eine Figur, also die Figuren, die in dem Animationsfilm mitspielen, aufgesplittet und pro Figur hast du so eine Art Chief Animator und unter dem arbeiten 60 Leute, 60 Leute, die für eine Figur zuständig sind, sozusagen und was ich super interessant finde, ist, äh, das Thema Disney, ich hab da ja öfter schon was zugesagt und Disney wird ja auch von vielen KritikerInnen zur Zeit vorgeworfen, dass sie Moralismus für sich instrumentalisiert hätten, ne, also dieses, ähm, ähm, äh, äh, POC zugewandte, die, äh, politische Korrektheit, dass da irgendwie eine Formel dahinter stecken würde, aber ich war schon damals ein kleiner Freak, also ich hab mich schon zu so alten Filmen wie Dumbo und, äh, Schneewittchen, wo Disney Plus oder Plus ja inzwischen Disclaimer einblendet, dass sie nicht mehr hinter den damaligen Ansichten und Inhalten des Films stehen, stellenweise, äh, und da hast du wirklich nur eine große Riege gehabt aus Animatoren und ZeichnerInnen, äh, die, ja, halt weiße alte Männer waren oder weiße Männer, so, und jetzt guckst du dir halt, also ich hab halt, äh, das ganze Special gesehen, guckst du dir, äh, das Team der heutigen Filme an und die sind, äh, da sind asiatisch aussehende Menschen dabei, schwarze Menschen, dicke, dünne, kleine, männlich wie weiblich, also diese Heterogenität, wenn wir jetzt sagen, Disney benutzt, äh, besitzt diese, äh, Diversity, ja, äh, sicherlich landen die auch mal oft mit ihren Filmen irgendwelche Werke, die sich statisch anfühlen oder Formel-esk, ja, aber es ist, also die Filme bilden halt auch einfach nur die Tatsache ab, dass die Diversity jetzt auch in dem Studio ist, so, weißt du, was ich meine? Naja, ich meine, klar, die Leute, die, die schreien ja danach, dass, ähm, Gleichberechtigung und Diversity abgebildet werden muss und das ist zwangsläufig, dass das irgendwann zum Mainstream kommen muss, wenn du immer mehr Leute davon überzeugen kannst, dass das was Gutes ist, dann wird das natürlich irgendwann instrumentalisiert. Natürlich, also das steht ja außer Frage, dass da, aber ich glaube, da steht beides dahinter. Natürlich ist das ein kapitalistisch motivierter Konzern, das muss Geld abwerfen und da wird, da werden Schönheitsideale propagiert, wenn wir jetzt auf die beiden Protagonistinnen des Films mal gucken, ne, die beiden Prinzessinnen, natürlich haben die Topfiguren, also ich warte immer noch, ja, wobei, ich warte immer noch, also es gibt eigentlich auch schönheitsuntypische Protagonistinnen, es gibt ja jetzt diesen Disney-Film Encanto, heißt der glaube ich, kann auch sein, dass ich den falsch ausspreche, den haben wir auch geguckt, als wir krank waren und da ist die Protagonistin ein, ich würde sagen, leicht korpulentes Mädel mit einer Brille. Die ein roter Panther wird? Ist das die Story? Die sich immer in so einen roten Panther verwandelt? Nee, 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 das ist was anderes, nee, also genau, also wo ich halt hin will und naja, und ich finde das aber auch super okay, man könnte jetzt sagen, ich argumentiere jetzt mal Pro-Disney, ich habe ja auch schon Contra-Disney immer mal argumentiert und jetzt mache ich es einfach mal von der Pro-Seite, Prinzessinnen sind ja auch etwas, wie soll ich sagen, ein wandelndes Kunstwerk, also warum stehen die Menschen auf symmetrisch, klassisch schöne Figuren, ja, oder sehr schöne Menschen, wenn ich jetzt an die 90er und 80er denke, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Winona Ryder, Winona Ryder nehme, so, oder Penelope Cruz oder was weiß ich, das sind ja alles Frauen, die Faszination ausstrahlen und dann, und Menschen sind auch begeistert davon und dann tragen die irgendwelche krassen Kleider von Gucci und Dior und alle bewundern die, ja, dann hast du zum einen die Facette, dass da Schönheitsideale erzeugt werden, bei Menschen, die so nie aussehen werden, ja, aber es ist natürlich auch Quatsch, so aussehen zu wollen, ja, also ich finde es auch super okay, äh, dass menschliche Kunstwerke in die Bewunderung gehen, es ist bloß immer die Frage, was daraus gemacht wird, wenn wir jetzt bei Heidi Klump sind, was lustig ist, weil da verweise ich auf unsere erste Folge, ja, äh, wo viele Topmodels sagen, was in dieser Serie passiert hat, mit dem echten Modelleben nur marginal zu schaffen, ja, dann ist das natürlich eine seltsame Instrumentalisierung von Schönheit, Makellosigkeit und Vollkommenheit, ja, aber die Bewunderung für, ich nenne es jetzt mal bewusst, wandelnde Kunstwerke, weil das bist du für mich, wenn du dein Aussehen, du sowieso, du absolut, ja, aber das bist du für mich, wenn du dein, ich sag mal, entweder makelloses oder spezielles Aussehen, weil es gibt ja auch, äh, Schauspieler oder Schauspielerinnen, und halt auch alles dazwischen, ähm, die mit ihrer atypischen Ästhetik punkten, ja, also jemand wie Emma Stone zum Beispiel hatte ich vorhin, oder Kirsten Dunst, das sind für mich keine klassisch schönen Menschen, ja, die haben was, äh, ganz eigenes, schon fast alienartig Schönes, ohne das despektierlich zu meinen, und wenn du das erkennst, vermarktest, und, äh, dir das zu eigen machst, also die Bewunderung der Leute, ist es immer nur eine Frage, mit welchen Mechanismen das passiert, ja, so, also gerade SchauspielerInnen, äh, nehme ich da immer mal so ein bisschen raus, je nachdem, was die spielen, du hast natürlich auch diese beschissenen Beziehungskomödien, ja, äh, also wie a la Julia Roberts, 90er Jahre, da ist das schon wieder was anderes, weil das dann keine reale Bewunderung ist, aber ich verstehe auch die Eskapismen, welche Menschen gerne vollziehen wollen, wir haben vorhin gerade über den ganzen Krieg-Hassel und so geredet, es ist nicht meine Art Eskapismus, ich bin dann eher im Pixar-Film, oder im Studio-Ghibli-Film, aber ich verstehe halt auch, äh, äh, die, keine Ahnung, die in irgendeine komische vier Hochzeiten und ein Todesfall-Reality gerne wollen, weißt du? My big fat Greek wedding. genau so eine Scheiße halt. Ähm, äh, Jack Nicholson, äh, finde ich in Shining, ich finde, ich finde den attraktiv und ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich finde die Ausstrahlung, die der in dem Film hat, also die, ich, ich weiß es nicht, ich finde den attraktiv, aber der sieht ja nicht gut aus im klassischen Sinne so, aber irgendwie, finde ich, hat der in dem Alter, in dem der sich damals befunden hat, hat der eine Ausstrahlung, Wahnsinn, finde ich, finde ich wirklich krass. Und der ist halt special, zeig mir mal, zeig mir mal einen zweiten Jack Nicholson, bei, es klingt ähnlich, bei Mats Nicholson, ist es ja ähnlich. Dicker, ich, also, was kann der alles spielen? Also, wenn ich nur mal so drei, wenn ich über den Schwitzen in Sven gehe, in dem letzten Film, naja, bis hin zu Hannibal. Sven, du schwitzt, du bist eklig. Super, das habe ich mir irgendwann mal, das habe ich mir irgendwann mal rausgeschnitten als Sample, das habe ich irgendwo mal benutzt. Echt? Geil. Aber ich kann auch nur sagen, Scheiße ist der attraktiv. Und Scheiße wird der immer attraktiver mit jedem grauen Haar. Irgendwie. Also, der hat sowas, die Lippenstellung, und das ist jetzt auch nicht dieses klassisch, symmetrisch schöne, es ist einfach beeindruckend. Und das finde ich irgendwie, äh, das finde ich okay, das finde ich legitim. Ich finde, Bewunderung, wenn sie jetzt nicht in so eine Art Glorifizierung umschlägt, ja, äh, finde ich, also ich finde, ich genieße das. Ich finde es schön, dass das geht und, dass man sich das jetzt auch so eingestehen kann. Ich gucke mir diesen Menschen an und finde die Art, wie er sich bewegt, redet und aussieht, einfach faszinierend. Bei Tieren ja das Gleiche. Also, wir sind ja nur Tiere, ne? Wildschweine. Übrigens, das Tier der Woche ist, äh, äh, im Podcast, die Rubrik, erfolgt nur einmalig jetzt, äh, ist der Mistkäfer, habe ich mir überlegt. Hast du schon mal dir den Mistkäfer richtig reingezogen? Ja, der hasselt hart auf jeden Fall, wenn der immer die Scheißekugel so mit seinem Hinterbein vor sich herrollt. Und der ist super wichtig, wie viele, ähm, wie viele Insekten, übrigens gute Empfehlung für ein Buch, was sich nur um Insekten dreht und jüngst rausgekommen ist, in fünf Kapiteln, Stumme Erde, äh, ja, die soll mal ihre Fresse halten. Sensibilisiert so ein bisschen, welche Rolle die Insekten haben, so auch der Mistkäfer, der durch seine Tätigkeit, äh, düngt, den Boden auflockert und jetzt kommt was richtig Krasses, äh, der folgt in seiner Route der Milchstraße, wenn er läuft. Crazy. Das ist kein Quatsch, weil ich habe mit meiner Tochter ein Kinderbuch aus der Bibliothek ausgeliehen, das um solch einen Mistkäfer handelt, äh, sich um so einen Mistkäfer dreht und in diesem Buch ist es so, dass er irgendwie seine Mistkugel rollt und in die Träume anderer Tiere gerät und deren Träume in seine Mistkugel einrollt, ja. Und dabei folgt er der Milchstraße und hinten ist, äh, in dem Buch erklärt, dass das tatsächlich so ist. Also die haben quasi, äh, eine planetarische Intuition und begehen ihre Route nach der Milchstraße. Finde ich unfassbar faszinierend. Das müsste ich mir im Detail nochmal angucken. Das finde ich auch interessant. Auf eine Art, ich muss da dran gerade denken, dass ich, äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren war ich mit meiner Freundin in Berlin im Planetarium und, äh, also da hast du ja so eine Halbkugel über dir und da wird dann halt eben so was dran projiziert. Und das finde ich schon mega krass so. Also da kommt auch so ein bisschen, so ein, ich habe nicht so eine übelste Science-Fiction-Begeisterung, aber irgendwie finde ich Weltall schon krass interessant. Jedenfalls finde ich das krass, wie, wie ForscherInnen, äh, also man guckt natürlich, wo ist der Ursprung des Weltalls und so weiter und ForscherInnen haben die Möglichkeit, boah, das fällt mir voll schwer, das gerade in Worte zu fassen. Also wir wissen, wie unser Sonnensystem ist, so, ne? Gibt die Sonne und dann schwirrt die Erde drumherum mit allen anderen Planeten, die halt eben so sind. Dann gibt es das, das ist innerhalb der Milchstraße. Das ist eine Galaxie. Genau. Und dann gibt es noch mehr Galaxien einfach. Es gibt unendlich viele Galaxien. Aber all diese Galaxien sind innerhalb des Raumes, in dem die sind, in einer bestimmten Form angeordnet. Also es, die, also als ob die auch aus einem Loch ausgestoßen wurden, wären. Also, ich denke dann immer so an, ähm, Man in Black zurück, wo die, also kennst du das Ende von Man in Black? Ja. Wo die in diesen Spind reingucken und dann ist da, Das ist auch das Ende von Man in Black 2, ne? Oder zwei, ich glaube im ersten ist es diese kleine Kugel, die die haben und dann sind die am Ende ja selber in dieser, in so einer kleinen Kugel drin. Genau, genau, genau. Und das finde ich halt so abgefahren, Alter, dass dieses, dass das, was wir für so riesig wahrnehmen, am Ende, wenn man das, wenn man das in der Theorie als klein betrachtet, wieder ein großes, also wieder ein System, einem System nachsteht. Also, tut mir leid, wenn es gerade zu, zu abstrakt ist irgendwie, oder, aber, das finde ich absolut Wahnsinn. Ja, voll. Naja, das Faszinierende ist, das ist ja jetzt witzig, weil Marvel das so ausschlachtet, aber eine der neuesten Thesen ist ja wirklich die der Multiversen. Also, mehrere Dimensionen, sich überlagerndere, überlagernde Universen. Und unser Universum, das ist ja faszinierend, soll ja von oben flach sein. Also, so wie ein Blatt Papier eben flach ist. An der Stelle haben wir vor kurzem auch gequatscht. Aber ich bin da auch so jemand, der einfach nur mal hier eine Doku, mal da einen Talk, einfach auf jeden Fall nicht deep genug drin ist. An der Stelle, aber was mir, und da bin ich jetzt wieder bei meiner Expertise, oder bei meiner Professur, das Gefühl. Und wenn ich, ich stelle mich sehr gerne nachts auf den Balkon und liebe es, ich liebe den Duft der Nacht tatsächlich. Der kann auch unterschiedlich sein, ob du nun auf einem frisch gedunkten Acker stehst, oder halt mitten in der voll gegasten Großstadt. Aber es gibt, du kennst du diesen Geruch von, vielleicht sogar nach einem Sommerregen, nach unverbrauchter, frischer Luft. Und dann guckst du nachts in die sternklare, in den sternklaren Himmel. Und das ist so ein Gefühl, was mich tröstet, was mir die, unsere Banalität einimpft, ohne mein Leben bagatellisieren zu wollen. Weil das ist bedeutend, das ist geil. In dieser Daseinsform, in der ich jetzt bin, ist das cool. Aber das ist meine Art Religion. Also ich sage ja bewusst, ich bin Agnostiker und kein Atheist. Ich halte mir alles offen. So sagen Agnostiker, ja okay, ich glaube es nicht wirklich, aber ich denke schon, dass da irgendwas sein kann. Und das ist auch meine Definition, meine Begrifflichkeit von Gott, Universum und Natur. Wir wissen schon viel auf so einer wissenschaftlichen Ebene als Spezies. Also die klugen, die wenig klugen Vertreter von uns haben schon krass viel rausgefunden. Das sind ja die wenigsten von uns. Die meisten sind ja nur dumm, fressen scheißen Kacken und betreiben Krieg. Aber die bewundernswerten Menschen, welche sich wirklich dem Wissen verschrieben haben, haben schon Chapeau, also wirklich einiges entdeckt. Und davon ist es halt nur ein Bruchteil von dem, was irgendwie abgeht. Aber ich denke, mit einigen Zustandsbeschreibungen liegen die vielleicht gar nicht so falsch. Und die Tatsache, dass ich vielleicht aus diesem Körper rausgehe und wieder eins mit dem werde, wo ich eh schon herkomme, dann ist das so ein tröstender Gedanke. Und das ist dann, ich nenne es Wissen oder Bewusstsein, aber vielleicht gibt es noch was Größeres, irgendwas, was ich mit meinem kleinen kräbeligen Menschenhirn gar nicht fassen kann. Aber ich glaube schon an so eine Art kollektive Verbundenheit der Elemente und der Stoffe im Universum. Und in das gehe ich über. Also das ist mein Trost irgendwie, dass ich in all dieses, in all dieses, ich nenne es jetzt Wissen, aber in diese kosmische Intelligenz wieder übergehe. Ich glaube, Grimm 104 hat sich darüber auch Gedanken gemacht, weil auf dem Album Das Grauen, Das Grauen hat er ja auch so ein Lied. Komm aus dem Nichts, geh in das Nichts und dazwischen ist Nichts oder so, rappt er glaube ich und erzählt dann auch irgendwas von Tentakeln, die sich durch ein Dimensionsloch im Weltall da irgendwie, finde ich eigentlich ganz witzig. Der hat übrigens auch ein neues Album angekündigt, Imperium, und hat schon eine Single rausgebracht mit Al Goonie als Feature-Gast, finde ich auch auf jeden Fall abgefahren. Das habe ich leider nicht gecheckt. Ich habe so ein bisschen aufgearbeitet. Ich habe diese Materia-Toten-Hosen-Challenge gecheckt. Ja, habe ich mir auch angehört. Das verfickten oder wir Scheiß-Ossis. Nee, Scheiß-Ossis, Scheiß-Ossis. Genau. Was sehr faszinierend ist, letzte Woche ist das neue Alligator-Album Rotz in Wasser rausgekommen und dazu gab es von MDR Sputniks so ein Special, wie er in einer Kirche performt hat. Alligator and Friends hieß das. Da war noch Mine und Josi zum Beispiel dabei. Die hat er im Hintergrund mitgesungen. Sido auch, Felix Kummer und die ZuschauerInnen lagen in Betten in dieser Kirche und während er performt hat, hat er halt komplett die ganze Zeit ein Orchester gespielt. Die meiste Zeit Orgel war auch dabei. Also komplett drumless und ja, Alligator ist bei mir so, ich höre den sehr lange gar nicht, aber wenn der halt ein Projekt rausbringt und ein Album, dann bin ich schon fasziniert. Weil der halt einfach so Hardcore-Künstler durch und durch ist, komponiert selber, schneidet die Videos selber. Also allein fuck Rock'n'Roll, wenn ihr mal ein bisschen visuellen Input braucht, könnt ihr euch reinziehen, ist geil. Ich habe mir auch, ich glaube jetzt die letzten zehn Videos von ihm habe ich mir jetzt mal hintereinander reingebinged. Gestört, oder? Wirklich genial. Also genial, wie der die Szenen auch komponiert. So finde ich absolut geil. Ich habe ein Hörbuch gehört, kann man sehen, also das hat gerade ganz gut in meine Situation reingepasst und Kurt Krömer hat rausgebracht, glaub nicht alles, was du denkst. Habe ich auch schon ein bisschen reingehört. Und ich habe es ja an einem Nachmittag habe ich es weggehört, weil es ist nicht so lang, aber dennoch sehr informativ. Hat dich das auch so gechickt, weil er liest das ja selber. Es ist dir klar geworden, dass das Kurt Krömer liest oder wusstest du von Anfang an, dass er das liest? Also es hat mich extrem gechickt und ich habe es irgendwie erst nach 20 Minuten verstanden, dass er das liest, weil er ja wirklich zusammenhängend das Buch in ruhiger Tonalität oder im sehr entspannten Duktus vorliest. Das hat mich super gechickt irgendwie. Ich habe mir ein paar Podcasts mit ihm angehört, bevor ich, also als er jetzt in der Promophase zu dem Buch war und da hat er natürlich über das Thema gesprochen. Deswegen ist das für mich keine Schickung gewesen, ob das jetzt irgendwie Kurt Krömer oder Alexander Beutjan ist. Das war dann für mich, weil er hat dann auch erklärt, er hat jetzt nicht unter seinem bürgerlichen Namen dieses Buch veröffentlicht, weil das hätte einfach weniger verkauft. Kurt Krömer ist einfach bekannter als Alexander Beutjan. Ja, klar. Aber dennoch ist die Person, die da spricht, ist, also ist er, trotzdem er. Und Kurt Krömer wird ja immer mehr Alexander am Ende. Also finde ich, so wie ich es gerade wahrnehme. Er lässt das schon, er hat so einen Tipping Point gehabt, wo er angefangen hat, über die Depression auch in seiner Kunst zu sprechen. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo er auch andere Einflüsse hat, zu Kurt Krömer mit dazustoßen lassen. Und deswegen fand ich das, ja, es gehört zusammen. Du kannst es nicht trennen voneinander so richtig. Nö. Also ich finde das auch spannender, bei diversen KünstlerInnen, das Bild zu diversifizieren. Also wenn du immer die gleiche, hängengebliebene Figur bist, auch als Privatmensch, da kommt da nicht viel Neues dazu, dann ist es okay, dass 30 Jahre am Stück, egal ob Comedian oder MusikerIn, die gleiche Art Monotonie da mitschwingt. Aber wenn du, und das ist ja wünschenswert, und so sehe ich dich, mich und unseren Dunstkreis auch, einfach jedes Jahr, jeden Tag neue Ebenen hinzufügst zu deinem Leben, fände ich das auch super unspannend, wenn sich das in deiner Kunstfigur oder in deiner Kultur nicht ausdrücken würde. Ja, voll. Ich weiß schon, ich finde das cool, es ist schön und scheint auch Kraft zu spenden, also sprich, wenn öffentliche Figuren sich vielen, vielen Verzweifelten zuwenden, und das ist ihm ja auch widerfahren, das beschreibt er ja auch in dem Buch, wie krass voll sein Postfach gewesen ist, ja. Und, also ich finde das mutig, finde teilweise aber auch, da muss ich mal die andere Seite beleuchten, spannend, dass halt solche krassen Headlines unterwegs sind, wie ich hatte Erektionsstörungen, also da ist ja wirklich, du machst dich ja komplett nackt. Im Grunde genommen hat er, was ja auch der Mut ist und die Angst, das hat er auch mal beschrieben in, in einer der Jay-Krömer-Folgen, ja, da ist jetzt nicht mehr viel. Also wo jetzt noch so ein bisschen Mysterium war vorher, ist er jetzt im Grunde genommen komplett ausdefiniert, du siehst ihn wirklich überall damit, und das ist so ein Mix, das ist zum einen sehr mutig, aber das scheint ja irgendwie komplett abgelegt oder mit sich zu haben und mit sich im Reinen zu sein. Zum anderen müsste ich sagen, auch wenn ich kein Problem habe, im kleinen Kreis, in unserer kleinen Öffentlichkeit, solche psychologisch-privaten Sachen zu offenbaren, ich glaube, irgendwann gäbe es eine Grenze. Also irgendwann fände ich es auch gut, mal wieder das Gegenteil zu machen und nicht über mich zu sprechen. Also ich kann mir schon... Das wird bei ihm kommen? Also das wird bei ihm auf jeden Fall auch so sein, der wird garantiert dann auch Projekte haben, die mit ihm als Privatperson überhaupt nichts zu tun haben. Also wahrscheinlich wird das sogar parallel die ganze Zeit schon passieren. Ich finde das, weil du das gerade gesagt hast, ich fand das mit eines der außergewöhnlichsten Kapitel, wo er über seine Erektionsstörung gesprochen hat, weil ich mich in meinem Alter noch gar nicht weiter damit beschäftigt habe, das aber natürlich ein Thema ist, also das passiert eben natürlich und so und wie man als Mann damit auch umzugehen hat in unserer patriarchalen Gesellschaft ist halt eben auch so ein großes Fragezeichen eher und das fand ich doch ganz interessant, dass er dann auch geschildert hat, was er für Fragezeichen in seinem Kopf hatte mit dem Thema und so weiter und ja, ach, wie ekelhaft einfach diese männliche Sozialisierung, dieses Patriarchat einfach ist, also ich meine, wir beide sind auf jeden Fall auch zwei Männer, die natürlich auch davon profitiert haben, Männer zu sein, aber die natürlich irgendwie so eine Daywalker sind und natürlich auch trotzdem nicht dem Bild Mann entsprechen und infolgedessen auch unter gewissen Punkten dann einfach leiden, also das, ich meine, mittlerweile hat man natürlich seinen Frieden gemacht, je älter man wird, desto mehr relativieren sich halt eben auch Sachen, ich habe jetzt gerade letztens wieder drüber nachgedacht, was für Tattoos ich habe und was für, für was für Tattoos ich mich selber hasse, dass ich mir die gemacht habe, aber dass die, dass die zu dem Zeitpunkt, als ich die habe machen lassen, komplett ihren, ihren Sinn und Zweck hatten, aber, zum Beispiel? Ja, ja, also, ich habe damals zum Beispiel als kleiner, dünner Typ habe ich natürlich schon noch geguckt, wie kann ich besonders männlich sein, um diesem Männlichkeitsbild nachzueifern und für mich ist es zur damaligen Zeit einfach ein zu tätowierter Typ, ein zu tätowierter Typ ist natürlich besonders männlich, egal welche Größe er hat, aber wenn er zugeballert ist so, dann ist einfach krass halt so und dem bin ich natürlich schon zu einem Teil nachgeeifert und dann habe ich mir natürlich Bilder stechen lassen, wo ich mir irgendeine bedeutungsschwangere Scheiße dazu gedichtet habe und heute denke ich mir so, boah, fuck, hättest du das mal nicht gemacht, aber das wusste ich damals natürlich nicht, dass es dumm sein würde und heute, also das allerschlimmste Tattoo habe ich halt auf meinem Rücken und ich bin froh, dass ich das nie sehe und ich denke so manches Mal darüber nach, wie ich damit umgehen möchte, also ich möchte es eigentlich nicht mein Leben lang in der Form, wie ich es jetzt auf meinem Rücken habe, mit mir rumtragen, weglasern lassen, möchte ich es eigentlich nicht, ich möchte es eigentlich gerne, Was hat es nur auf dem Rücken? Ich habe auf meinem Rücken steht mein Leben in meinen Händen und darunter sind zwei Hände abgebildet, die nicht meine sind. Also stimmt, ja, ich hatte nur eine Erinnerungslücke, ich konnte mich nicht genau erinnern. Und das ist so eigentlich so das Tattoo, wofür ich mich wirklich krass schäme, so also das, also ich, es ist hässlich, es ist gestalterisch unglaublich hässlich einfach, weil mein Tätowierer zur damaligen Zeit, der ist einfach kein, der ist ein guter Kopierer, dem kannst du sagen, ey, ich will das tätowiert haben, das macht er dir in sehr gut, aber der kann selber nichts entwerfen, das kann der einfach nicht, der ist kein Gestalter. Und das äußert sich auf jeden Fall in diesem Tattoo, dass das einfach besonders hässlich ist. Und ich habe im Zuge dessen, dass ich gerade kurz davor bin, irgendwie eine Therapie anzufangen und ich jetzt schon bei zwei Erstgesprächen war, habe ich auch viel über mich, über meine Vergangenheit, über mein jetziges Sein nachgedacht und ich bin ja so eine doll vergessliche Person und habe da auch über die Gründe nachgedacht, bla bla. Und der Grund, warum ich mir so eine Sprüche habe tätowieren lassen, also ich habe zum Glück nur zwei Sprüche mir tätowieren lassen, weil mein Geld immer woanders hingeflossen ist. Ein Spruch ist halt eben mein Leben in meinen Händen und der andere Spruch ist, Stillstand ist des Geistes tot. Und das habe ich mir halt tätowieren lassen, als Erinnerung wirklich für mich selber, weil ich so vergesslich bin, weil ich Situationen erlebt habe, wo ich gemerkt habe, fuck, ich muss mein Leben selber in die Hand nehmen, weil wenn ich mich auf andere verlasse, da bin ich halt verlassen und dann wird alles scheiße. Und deswegen habe ich mir sowas halt tätowieren lassen, als Reminder für mich selber. Und das hat tatsächlich für einen gewissen Zeitraum hat es genau auch den Sinn und Zweck erfüllt. Und heute könnte ich das manchmal immer noch gebrauchen. Ich weiß immer noch, dass mein Leben in meinen Händen ist, aber ich möchte es eigentlich nicht mehr so verbildlicht wissen. Ich mag, ich habe zwei Bücher, die sich um unter anderem Tätowierungen drehen und bin ja auch sehr affin zu Tätowierungen. Also das, was ich habe, werden nicht die letzten gewesen sein. Ich habe jetzt auch gerade so eine Aussetzungsphase, aber ich mag das und zum Teil finde ich das auch insofern gut, weil diese Tätowierungen einen Teil deiner Geschichte repräsentieren. Also eine frühere Facette deiner Person ist auf deiner Haut verankert. Und die zwei Bücher, die ich mag, ist zum einen von Paul Marr. Das ist auch der, der die Samsbücher geschrieben hat. Der tätowierte Hund. Das ist auch so ein Kinderbuch von einem Löwen, der einen Hund im Urwald trifft. Und der Löwe ist als König des Waldes enormer Fan von Geschichten. Und jede Tätowierung auf der Haut des Hundes repräsentiert eine Geschichte. und der Löwe, der hat eine Aktentasche dabei, wo ein Leberwurstbrot drin ist. Oder so ein Koffer. Und pro Geschichte, oder sind mehrere Brote drin, pro Geschichte gibt er ihm immer ein Brot. Und dann sind das halt so Kapitel. Und ich habe mir das mit meiner Freundin am See vorgelesen. Da auch zum Thema Lebenszeit. Als wir zusammengekommen sind, haben wir noch da gesessen und uns Bücher gegenseitig vorgelesen. Schönes Ding, ja. Genau, das ist das eine. Und das kannst du ja auch adaptieren. Weil am Endeffekt ist das eine Geschichte, die Geschichte deiner Vergangenheit auf deiner Haut. Das mag ich auch sehr gerne. Und deswegen lasse ich mir auch Zeit mit dem Tätowieren. Ich bin tatsächlich, bei mir ist das weniger männlichkeitsgeprägt. Ich finde das sowohl bei Frauen als auch bei Männern, wenn es nicht der übelste Schrapel ist, sehr attraktiv. Also ich finde tätowierte Haut einfach unfassbar attraktiv. Wenn es halt nicht irgendwelche komischen grellen Farben sind oder es gibt Grenzen, schlecht gemalte Gesichter. Meine Freundin ist so affin. Die folgt Instagram-Seiten, welche sich schlechte Tattoos zum Motto gemacht haben. Und dann weiß ich manchmal im Nebenraum, wenn gefeiert wird, dass mal wieder auf einer schlechten Tattoo-Seite irgendwie sich einer abgelacht wird. Egal. Und das zweite Buch ist von John Irving, bis ich dich finde. Da geht es halt auch um unter anderem Tätowierungen. Und aber auch in einer Zeit, in der noch gar nicht so filigran wie heute gearbeitet wird. Also du aus den 60er, 70ern gibt es schon so ein paar coole Sachen, aber am Ende gibt es da wirklich viele sehr hässliche, grob gestochene Tattoos. Und da hat das irgendwie eine andere Bedeutung. Also das kann halt, wo ich gerne hin möchte, du hast es ja doch mit diesem Männlichkeitsbild optisch nach außen. Damals halt. Repräsentieren gemeint. Aber ich weiß nicht, ob Männlichkeit per se, wenn sie patriarchalisch oder toxisch ist, dann ist das was anderes. Aber jemand, wenn du jetzt in die Queer-Community gehst und zum Beispiel dir einen Transmann anguckst, das ist ja auch jemand, der anstrebt, männlich zu sein. Also der macht ja, da werden ja ähnliche Dinge gemacht. Das ist tiefe Stimme, die Brüste werden chemisch abgebaut. Es wird sich ein männliches Erscheinungsbild angeeignet, weil sie sich männlich fühlen. Und das, was du gerade beschreibst, jemand, der klein ist und einfach gerne stark sein möchte, der das will, der einfach aufgrund der inneren Stimme spürt, ich bin ein Mann, ich will stark sein, ich will gröbere Züge besitzen, finde ich das halt super okay und schön, dass das geht, dass du Sport machen kannst und dass du dich tätowieren lassen kannst. Ja, also ich rede jetzt so von der gesunden Seite der Sache und die Möglichkeit besteht, dein Erscheinungsbild zu verändern. Und natürlich, das ist dann so kurz vor Schönheitsoperationen, da gehe ich dann nicht mehr so ganz mit, wobei es gibt da so kleine Feinheiten, wo ich noch mitgehe, wo ich sage, okay, du bist jetzt ein glücklicherer Mensch durch Operation, go for it. Und wenn es jetzt nicht in so eine komische Richtung wie übelst aufgeblähte Lippen und Fett in den Arsch gespritzt. Also ich meine so richtig dieses ganz Krasse. Also wenn es halt von wirklich intrinsisch kommt und nicht von außen die Wirkung. Also das ist halt eben doch das Tückische bei Tätowierungen, dass man nicht zu zeitgeistig irgendwie ist, weil das wird man auf jeden Fall irgendwann hässlich finden. Und das habe ich halt früher nicht verstanden, wenn das jemand zu mir gesagt hat. Heute weiß ich, dass ich die zwei mexikanischen Bilder, die ich auf meinen Oberarmen mit mir rumtrage, Zeitgeist, kompletter Zeitgeist. Das hat ja nichts mit mir zu tun halt, weißt du? Ich habe einfach zu viel Miami Inc. damals auf D-Max, der Sender für Männer, geguckt und dachte dann halt irgendwann, yo. Und bin dann zu meinem Tätowierer gegangen und habe gesagt, ich will sowas haben. Dann hat er seinen Browser aufgemacht, hat mir zwei Bilder gezeigt und ich habe gesagt, ich nehme das und ich nehme das und die hat er mir dann tätowiert. Und es gibt mindestens 10.000 Leute, wahrscheinlich die genau mit den Bildern auf dem Körper rumrennen, wette ich. Naja, da bin ich ein bisschen froh bei mir. Meine sind alle irgendwie Eigenkreationen. Also ich bin, wenn ich jetzt auf meinen rechten Oberarm gucke, da habe ich einen großen Ziegenbock mit zwei Boxhandschuhen. Ich bin mal am Kossi mit dem Fahrrad langgefahren und musste stehen bleiben, weil da stand so ein schöner Ziegenbock. Der hat mich so fasziniert und der war auch so martialisch so stark. Und da habe ich gedacht, geil, irgendwie ein Ziegenbock und so. Aber mit Boxhandschuhen, die haben mich beschützt, weißt du. Und ja, dann, weiß nicht. Also es sind genau alles, was bei mir drauf ist, ist irgendwie animalisch und es sind irgendwie Eigenschöpfungen. Also so eigene kleine Imaginationen. Was ich zum Beispiel, ich habe noch nicht das Motiv dafür, aber was so in meinem Plan noch ist, ich würde mir gerne, frage mich nicht, wieso. Ich habe mal, wo waren wir da im Urlaub irgendwo in Thüringen, eine riesengroße alte Scheune gesehen. Die war schon so moosbewachsen und ich fand die wunderschön, weil die so barackig war. Und dann habe ich gedacht, das wäre übelst geil, wenn ich die tätowiert hätte und dann guckt eine übergroße Ente raus. Weißt du, eine Ente, die die komplette Scheune ausfüllt. Frag mich nicht, was ich daran geil finde. Es ist einfach, so wie ich Sprachästhetik geil finde, finde ich auch so surreale Bilder teilweise faszinierend. Aber Quintessenz, ich finde es einfach schön, dass das geht, sein Erscheinungsbild zu verändern. Dass man eventuell zehn Jahre später das anders sieht, ja, das würde ich jedem raten, das so ein bisschen mit einzubeziehen. Aber am Ende Entscheidungen zu treffen, die dein Äußeres angehen, die können ja auch irgendwie nur bedingt Zeitgeist sein, oder? Also, was weiß ich, ob ich in 20 Jahren die Tätowierung noch geil finde oder den Ohrring oder was weiß ich. Krass ist es bei den Dudes, die Tunnels hatten, so richtig riesengroße Tunnels. Jetzt halt Hängeohrläppchen haben wir. Zum Glück waren meine Tunnel nicht so groß. Stimmt, du hattest auch Tunnel. 2016 hattest du noch Tunnel. 14 Millimeter hatte ich links und rechts. Und heute habe ich noch so ein bisschen, ja, sieht man kaum eigentlich. Lass uns mal ein bisschen konsistent bleiben in unseren Gewohnheiten. Ich habe heute, weil du über Filme gesprochen hast, du kannst gerne auch noch deine Hausaufgaben, die du gemacht hast, im cineastischen Bereich abfeuern. Ich habe begonnen mit einem Filmzitat aus Pick, einem Indie-Film. Stimmt, wir hatten ja ein Eingangszitat. Ja, ja, einem Indie-Film mit Nicolas Cage. Und das ist gar nicht so unüblich, weil Nicolas Cage sich ja wirklich vom Oscar-Preisträger von der A-Riege Hollywoods zum Indie-Filmschauspieler so selbstständig runtergeschaukelt hat. Demzufolge hat er eine hohe Frequenz, eine sehr krasse Dichte an Filmen. Und zwischen vier, fünf, sechs, sieben Filmen fällt immer mal so eine Perle heraus. Wobei er ja kein Autorenfilmer ist. Er ist ja gebuchter Schauspieler. Also ist das dann halt auch manchmal dem Regisseur oder dem Team irgendwie beizumessen. Aber bei Pick geht es um eine, ja, so eine Art Sinnes- und Selbstsuche. Da siehst du einen Mann, der abgeschieden im Wald mit einem Trüffelschwein lebt. Und mit diesem Trüffelschwein zusammen die allererlesensten und besten kulinarischen Trüffel irgendwie schafft zu suchen. Einmal die Woche kommt dann so ein Typ mit dem Auto und holt die immer ab und verhückert die für viel Geld. Und was ich jetzt sage, ist kein Spoiler, weil das steht schon im Beschreibungstext des Filmes. Wird ihm dann irgendwann von irgendwelchen ominösen Räubern das Schwein entwendet. Und er begibt sich auf die Suche nach dem Schwein. Oder besser gesagt, auf die Rache-Odyssee. Aber es ist dann wirklich ein Mix. Also es ist jetzt kein John Wick 4, ne, an der Stelle. Also er wird, ich liebe John Wick übrigens, genau, also ich habe letztens Making-of von John Wick gesehen, beziehungsweise es gibt da so einen YouTube-Kanal. Es gibt übrigens drei YouTube-Kanäle mindestens, denen ich folge. Ich muss unbedingt da noch was zu dem Zitat sagen. Ja, sorry, ganz klar. Es gibt mindestens drei YouTube-Kanäle, die ich gucke, die ich wirklich auch regelmäßig gucke und wo ich immer drauf warte, dass neue Videos kommen. Obwohl ich die, die es machen, hasse. Abgrundtief. Wirklich verabscheue. Aber irgendwie fesselt es mich dennoch, was die machen und dann gucke ich mir das an. Dann freue ich mich drüber. Geil. Das wollte ich sagen. Ach so, ja. Ne, ich wollte noch was anderes sagen. Ne, Making-of John Wick. Ach genau. Krass, genau. Ich folge so ein paar CGI-Typen, die hier so krasse 3D-Animationen für Filme machen und so und die setzen sich oft hin, gucken sich Szenen an und bewerten die und erklären, wie die Szenen gemacht sind und da gibt es zum Beispiel bei John Wick, ich weiß nicht in was für einem Teil, gibt es eine Szene, wo die in einem Museum drin sind und dann kämpfen die halt in dem Museum und da gehen ganz viele Glasscheiben zu Bruch und all diese Glasscheiben, wirklich sehr viel Glas geht dort zu Bruch und da gibt es kein Glas in der Szene in echt. Das ist alles programmiert, alles programmiert, das ist alles digitales Glas. Das ist komplett Wahnsinn. Krass, was die Technik alles kann heute. Finde ich echt Wahnsinn. Naja, das ist ja das, was mich auch so fasziniert hat bei diesem Making-of von Die Eiskönigin. Ich hätte mir nie das Making-of von Frozen sieben Stunden angeguckt. Du weißt ja, wie ich immer sage, wie ich geizle mit meiner Zeit und bla. Ich hätte mir auch zweimal Schindlers Liste angucken müssen, aber dafür war die Tastatur zu weit weg. Und da gibt es halt einfach eine Person, die zweieinhalb Jahre lang nur fürs Wasser zuständig ist. Nur für die eine Szene, für eine Szene, die 17 Sekunden im Film zu sehen ist und die macht nichts anderes die ganze Zeit. Wahnsinn. Das ist krass, oder? Ja, das ist wirklich krass. Das ist echt heftig. Ach ja, genau der Film, ja, genau das Zitat. Warum sind dir diese Menschen wichtig? Sie interessieren sich nicht für dich. Keiner von ihnen. Sie kennen dich nicht einmal, weil du dich nie gezeigt hast. Jeden Tag wachst du auf und es ist immer weniger von dir da. Du lebst dein Leben für sie und sie sehen dich nicht mal. Du siehst dich nicht einmal selbst. Ich müsste so an dich denken. Nee, Quatsch, war Spaß. Also da schwingen zwei Sachen mit, wenn man sowas schon mal gedacht hat, weil so fühlt sich das Leben manchmal an. In den sehr unmotivierten, enthusiasmusbefreiten Momenten fühlt sich das genauso an, wie er das sagt. Aber es ist auch krass, so etwas zu jemandem zu sagen. Hast du das schon mal gehabt, wenn du jemanden nicht mochtest oder wenn du jemanden besonders magst, ihm eigentlich zu demaskieren und ihm zu offerieren, dass sein ganzes Leben eigentlich auf einer Lüge basiert oder auf einem Bild, das er erzeugt, um die Gunst von Menschen zu gewinnen, denen er egal ist. Also ich wette, keiner von uns beiden hat jemandem sowas schon mal gesagt. Ja, ich zu mir selber. Zu einem selbst maximal. Ja, genau. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt Leute, die verhalten sich anderen Menschen so gegenüber. Ich bin in der Subtilität des Alltags immer fasziniert, wie andere Menschen wenig Spürsinn für ihre Gegenüber entwickeln. Also ich zum Beispiel, mir ist schon irgendwie wichtig, wenn ich mit Menschen zusammen bin, selbst wenn ich sie nicht besonders mag, ihnen jetzt nicht irgendwie das Gefühl zu geben, dass sie irgendwelche Dullis sind und mich anhand meiner Fähigkeiten zu profilieren und mich da heraus zu profilieren, indem sie schlecht dastehen. Aber solche Leute gibt es. Es gibt Leute, die sind nur so an der Stelle. Und in meiner Ursachenforschung bin ich wahrscheinlich nie, erst wenn ich wieder Teil des Kosmos werde, am Ende, was da so die Triebfeder ist, weil es ist ja nie die eine Triebfeder. Also es variiert ja aus tausend Beweggründen. Aber ich finde das so eklig. Also das kann ich höchstens sagen. Ich finde es super eklig, wenn Leute irgendwie Profit aus, nicht mal aus dem Elend anderer, sondern aus der Entwürdigung anderer ziehen. Und das, um dann wieder so den Rückschuss zu Oliver Pocher zu bekommen. Daher rührte halt diese Befriedigung der Ohrfeige. Nein, aber ich wollte das Zitat nochmal kurz Revue passieren lassen. Ich bin der Ohrfeige irgendwie so komplett emotionslos gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil zum einen ist es Oliver Pocher, also interessiert mich von daher auch relativ wenig. Auf der anderen Seite ist es Fett Comedy, der dem einer geknallt hat aus den für mich falschen Beweggründen. Dass er für andere Sachen eigentlich eine verdient hat, ist natürlich überhaupt nicht der Rede wert. Ach, es ist ein miese kleine Typ. Ich will gar nicht über den reden. Ja, ich selber, also pass auf, ich ekel mich vor Oliver Pocher. Also ich empfinde wirklich richtig, richtigen Ekel, wenn ich diesen Mensch sehe. Und ekel mich gleichzeitig vor mir selber, weil ich natürlich solche Gefühle gar nicht haben möchte. An der Stelle. Und es ist totaler Quatsch, Befriedigung daraus zu generieren. Das spricht auch einfach nur für eine etwas seltsame Sequenz in meinem Leben, weil ich würde lügen, wenn ich mich jetzt, also ich bin nicht hochgradig unglücklich, es gibt viele coole Momente, aber ich würde auch lügen, wenn ich sage, das ist das glücklichste Intervall meines Lebens gerade. Und dass ich Befriedigung aus der Ohrfeige oder der Herabwürdigung eines anderen Menschen ziehe, das ekelt mich an. Aber ich kann auch nicht anders gerade, als irgendwie mich darüber zu freuen. In dem Wissen, dass das überhaupt keinen Belehrungseffekt hat, weil anhand seiner Instagram-Äußerung siehst du ja einfach nur, da ist dann Hälfte Befriedigung, Hälfte Unbefriedigung, dass er sich ja jetzt nur noch echauffiert. Also weißt du, er hat sich sofort hinter seinen Securities geschickt, versteckt an der Stelle und er hat jetzt auch kein Konsequenzbewusstsein. Ihn kommt jetzt nicht mal in dem Sinn, sich zu reflektieren, dass sein Humor und sein Lohn und Brot, was er kassiert, irgendwie falsch ist. Und dass diese Ohrfeige auch einfach dieser Falschheit seines Scheiß-Daseins oder seines künstlerischen Daseins angemessen war. Ja, ja, voll. An der Stelle. Und dadurch, dass er das jetzt nicht reflektiert, sondern den halt jetzt auch noch verklagen will und so ein Kram, weißt du, er wird sich weiter in seiner Welt, weil das ja gesund ist für ihn, bewegen, in der es okay ist, Oliver Pocher zu sein. Ja, ja. Also es entsteht null Belehrungseffekt aus der Nummer. Es hat überhaupt, und deswegen glaube auch nicht, ich habe dem jetzt zu viel Präsenz eingeräumt. Es war mal so eine kurze Belustigung. Ich muss auch sagen, dass diese Backpfeife so heiß gekocht wird irgendwie, finde ich auch unnötig, weil, ey, was denken wir denn eigentlich, wer wir sind? Wie oft halt mit Übergriffen, natürlich wissen wir, dass Gewalt nicht gut ist, aber, ey, es ist das Normalste überhaupt, dass sowas passiert. Ja. Das ist doch das stinknormalste. Ein kleines Kind schubst ein anderes kleines Kind, weil Unmut, weil sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, Alter. Natürlich, natürlich sollten wir als Menschheit soweit sein, dass man über irgendwas reden kann, aber die Toleranz geht an sich selber zugrunde irgendwann. Und dann gibt es halt eine Backpfeife. Ja, aber es ist eine überschaubare News, die irgendwann wieder verpufft ist und die man irgendwie sortieren und bearbeiten kann. Backpfeifen auf Endlosschleife, will ich dazu bloß sagen, Alter. Böbel MC hat auch ein nicht ganz neues Album, aber ich glaube, vor drei, vier Wochen. Sogar gechartet, ey. Echt jetzt, ja? Ja, ja. Na, geil, die Plastik. Zwei oder irgendwas, sehr weit, sehr weit vor. Da sind einige gute Sachen rausgekommen. Mir tut das immer nur so leid, dass ich nicht mehr in der Lebensphase bin, in der das so viel Präsenz genießt, ja? Also mir fiel noch irgendwas ein. Ich glaube, irgendein gutes Album ist noch rausgekommen. Ich kann dir jetzt aber nicht mehr genau sagen, welches. Wir werden es wissen. Wir werden es bald wissen. Hast du noch ein paar andere Filme geguckt? Ja, und da komme ich nämlich auch direkt schon fast zu unserer Playlist, womit ich aber noch nicht unbedingt jetzt das Ende unserer Folge einläuten will, weil ich denke, wir haben noch zwei Stunden vor. Aber ich habe geguckt Ghost in the Shell. Mit Scarlett Johansson? Nein. Genau den habe ich geguckt. Da war ich zweimal im Kino sogar. Nicht mal, weil ich den jetzt überkrank gut fand. Also ich mag ihn, aber ich war irgendwie zweimal im Kino. Krass. Also ich habe den Film geguckt und dachte die ganze Zeit so, Mann, ey, mir kommt so vieles davon bekannt vor und ich wusste nicht, warum. Und natürlich, was ich wusste ist, dass ein Anime-Film dem zugrunde liegt irgendwie, also das hatte ich noch im Gedächtnis und es hat mich aber die ganze Zeit auch an ein Lied erinnert und zwar King of my Castle von Project. Project, ja. So, weiß ich nicht. Wum Wum oder irgendwas halt, ja genau. Irgend so ein Project halt und die haben nämlich ein Musikvideo damals gemacht mit Szenen aus dem Anime und ich fand es bemerkenswert, wie gut der Film am Anime-Original dran ist. Ist ästhetisch. Fand ich wirklich super krass, hat mir übelst gut gefallen und ich habe noch ein anderes Lied, was ich auf die Playlist packen möchte und zwar Future Bay und Schorle, die haben das Lied Fieber rausgebracht und meine Jungs vom Code Borschi Kollektiv haben das Video in Dresden gemacht. Geil, ja, habe ich auch schon gesehen. Domi, mein Grafikman, der hat, glaube ich, da Regie geführt und andere Leute, Foodie, der hat da sich um die, um das Care gekümmert von allen, die da am Start sind und da wurde getanzt und die Ines Renate hat die Kostüme gemacht und Das habe ich mich gefragt, wer, genau, Ines Renate hat ja meinen Kanal gelayoutet und genau, das war mir noch nicht so bewusst, was sie gemacht hat. Okay, krass. Und Nias ZK hat auch das Design mitgemacht und ich habe leider nicht alle Namen auf dem Schirm, aber Code Borschi, Code Borschi, mein Gott, Code Borschi Kollektiv, beste einfach, beste, wirklich, einfach liebe Grüße an alle, die mit diesem Song und mit dem Video zu tun haben, ist einfach wirklich, es ist was fürs Herz. Okay, ich will es gut, ey. Ja, ich mache heute einmal mein 80er Herz wird befriedigt, ich mache Hospital von The Modern Lovers drauf, richtig Killer Attitude. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann bedankt euch später bei mir. Und dann hat Nashi44 letzte Woche ihre EP Asia Box oder Asia Box gedroppt, mit der wollte ich mich eigentlich in Berlin zum Interview treffen, aber dadurch, dass mein Kind dann dort ja, angefangen hat zu kotzen, haben wir das nicht hinbekommen. Vielleicht kriegen wir es noch hin, aber wie gesagt, bei mir ist gerade relativ viel los. Also alle, die auch mein Kram so ein bisschen verfolgen, dürfen sich auf die nächsten Monate einstellen, dass da erstmal nicht so viel kommt. Das wird dann irgendwann wieder der Fall sein, aber seid mir nicht böse. Genau, aber auf jeden Fall will ich von der von der EP will ich gerne ein Lied drauf machen. Da sind so viele geile Lieder. Ich mache Suck on my Springroll drauf. Zu Nashi44 kann man sagen, sie thematisiert als Asiatin, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, auf jeden Fall sehr viel die kulturelle Aneignung und deswegen auch die Formulierung oder die EP Asia Box oder Asia Box, weil sie halt darüber spricht, so wie man das halt aus diversen Kulturkreisen kennt, wie man jetzt in der Gastronomie oder auch im popkulturellen Sinne irgendwie sehr geneigt ist, sich diesen Attributen zuzuwenden, die ihre Kultur mitbringen, aber diese halt auch gerne einfach mal wieder schnell fallen lässt, wenn sie nicht passen an der Stelle und ich mag irgendwie, das ist so wie bei Maribu, ich mag einfach, dass sie dirty ist, auch vulgär teilweise und du merkst, es ist jetzt nicht nur diese political correctness oder das Understatement, sondern sie hat auch Spaß und sie will flexen, also da stecken noch viele andere Segmente mit drin, die Musik soll halt auch irgendwie ein bisschen auf die Kacke hauen und Spaß machen und das variiert einfach so ein bisschen, es ist halt ein schönes Potpourri, ich finde sie erfrischend unverbraucht, könnt ihr euch mal reinfahren. Finde ich schön, dass du das erzählst, weil ich habe die schon relativ lange auf dem Schirm und habe den Trailer bei Mona Lina gesehen, dass sie zu dem Video irgendwie den Trailer auch gepostet hat und habe aber wieder vergessen, dass ich mir das Video angucken wollte, fand aber den Trailer schon super stark. Kannst du mal machen, das ist auf jeden Fall oder generell mal so den YouTube-Kanal durchchecken, inzwischen sind vier, fünf Videos schon online und bin gespannt. Also es ist ja jetzt in dem Sinne die erste EP gewesen und ich bin super neugierig, wie sich das... Sie ist doch auch aus Leipzig irgendwie, ne? Ja, die hat in Leipzig studiert, ich weiß gerade nicht genau was, ich bin jetzt wieder so ein bisschen raus aus der Interview-Vorbereitung, weil jetzt einfach zwischendurch zu viel passiert ist, hat aber ihr Studium abgebrochen hier in Leipzig und wohnt in Berlin, Kreuzberg 44, wie Juju 44 und ja, baut sich jetzt halt so ein bisschen ihren Musik... Aber Naschi 44 hieß sie glaube ich schon bevor sie dahin gezogen ist. Ja, weil sie aus Berlin kommt. Ach so. Also sie ist für das Studium nach Leipzig und ist dann quasi wieder zurück nach Berlin an der Stelle. Ich kann gerne, ich reiche auch gerne die Info noch nach, nächste Folge, wenn ich dran denke, erzähle ich euch, was sie studiert hat, das ist kein Geheimnis und ja, checkt's mal ab, auf jeden Fall. Ich finde das übelst schön, dass das nur ein Witz war mit den weiteren zwei Stunden, weil nach diesem wunderschönen Gespräch habe ich jetzt die angemessene Bettschwere, um dich zu verlassen oder vielleicht bleibe ich auch einfach hier und schicke dich zu mir nach Hause, muss mal gucken, wie wir es machen. Kannst dich mal ausschlafen. Auf jeden Fall. Aber ey, es war super schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Ihr lieben Lötchen, wir versuchen den Zwei-Wochen-Turnus beizubehalten, wenn wir es nicht schaffen, seid uns nicht böse. Es ist alles gut, wird es jetzt auch nicht irgendwie schlimmer machen, als es ist, aber real life, work, Familie und Co. knallt ordentlich rein. Das hat es schon immer mal gegeben, so Phasen, wo das drei, vier Wochen mal mehr anstrengt als sonst. Und wir haben uns vor kurzem auch, glaube ich, gesagt, mal so im Off, wir müssen uns jetzt nicht kaputt machen. Wir freuen uns, wenn wir das schaffen und euch diesen Content irgendwie geben können, aber bevor wir jetzt an unsere letzten Reserven gehen, kann es auch mal passieren, dass wir mal länger als zwei Wochen aussetzen. Lasst euch überraschen. Wir haben viele Projekte, die wir gerade planen, jeder für sich, ein bisschen was anderes bei uns, bei mir und Gossi geht es dann auch langsam wieder los, also wir haben dann auch wieder mehrere Wochenenden, wo wir unterwegs sind. Und ich hoffe, dass ich jetzt im nächsten halben Jahr weniger bei mir auf Arbeit sein werde und mehr der Musik nachgehen kann, der Live-Darbietung der Musik. Und ich glaube, da steht einiges ins Haus. Bin natürlich sehr neugierig drauf, wie Corona sich verhalten wird im nächsten Dreivierteljahr. Alles, auch Verfügbarkeiten. Also es ist super spannend, also auch was unseren ganzen Wohlstand, unsere Gewohnheiten angeht, das zivile Leben. Also ich bin, neugierig wäre das falsche Wort, aber ich bin gespannt, wie uns das als Gesellschaft gelingt, diesen Paradigmenwechsel jetzt entgegenzutreten. Ja, voll. Ja, ich glaube, das war damals irgendwie vollkommen klar. Die Leute haben das auch gesagt, die Pandemie, die hat irgendwie den Anfang von solchen Dingen eingeleitet, die vorher einfach immer mal so gesagt wurden von Experten. Und jetzt spürst du das halt, dass das einfach nicht irgendwelche Nebelkerzen waren, die da geworfen wurden in Talkshows oder in irgendwelchen Dokus, sondern dass wir uns dem jetzt halt stellen müssen. Aber ich bin und ich will auch die ZuhörerInnen und mich selbst gern mit einem positiven Gefühl rausschicken. Wir haben wahnsinnig viele Ressourcen und auch sehr viele HumanistInnen und intelligente Figuren hier auf dem Parkett tanzen, die, sag ich mal, wie soll ich sagen, auch Hoffnung zulassen. Vielleicht könnte man... Es ist nicht alles nur Scheiße. Es ist viel Scheiße, aber zum Glück gibt es viele engagierte Leute. Ich will noch ganz kurz mit einem Fact aus der Folge rausgehen. Und zwar immer, also wirklich Real Talk, immer, wenn jemand das Wort Experte sagt, denke ich Sexperte, weil ich, als ich jung war und eins meiner ersten pornografischen Magazine in die Hand bekommen hatte, sind damals noch in der Praline oder was weiß ich, was das damals gewesen ist, sind natürlich Geschichten da drin gewesen und da wurde irgendwas von Sexperten geschrieben und da war natürlich immer eine sehr blumige Sprache und da habe ich irgendwann das Wort Sexperte gelesen und das hat sich so doll in meinem Brain eingebrannt, dass ich das immer denken muss. Pass auf, wenn du schon bei sowas bist, also zum einen, Chapeau, danke, dass du das offeriert hast, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Ich habe solche Sachen auch und ich habe sogar schon unfassbarerweise, daran merkt man, wie sehr man gewisse Menschen liebt in seinem Leben, mit meiner Freundin, mit dir hatte ich das auch schon, dass gewisse Wörter Assoziationen hervorrufen, also richtig seltsame optische Assoziationen, ja, aber ich wollte dich auch an was teilhaben lassen, das hat mich super fasziniert. In dieser Teenie-Komödie Ghost World, die ich euch allen nur sehr empfehlen kann, alle diese weirde, skurrile Filme stehen, spielt mit Thora, ich glaube Thora oder Thora Birch wird sie ausgesprochen, ja, die kennt man, das ist die Tochter von Kevin Spacey in American Beauty zum Beispiel, die spielt da eine Hauptrolle und deren Eltern sind Pornodarsteller, die haben sich am Set kennengelernt von dem bekannten Film Deep Throat, kennst du den Film? Dieser Film hat tatsächlich die Sexualpraktik Deep Throat geprägt, also der ist von 1972 und ist, jetzt halt dich bitte fest, nach Titanic der historisch gewinnträchtigste Film der Geschichte, ja, so, pass auf, Deep Throat und ist Mafia finanziert, ja, es wird immer besser, 72 war namensgebend für die darin ausgiebig dargestellte Sexualpraktik, ja, ich lese euch jetzt von Wikipedia kurz die Handlung vor, ja, weil es einfach so krass ist, Linda, etwa 20 Jahre alt, hat sexuelle Probleme, laut ihrer Aussage hatte sie noch nie einen Orgasmus, auch ihre Freundin Helen kann ihr nicht weiterhelfen und der von ihr für Linda organisierte Gruppensex befriedigt nur sie selbst, daraufhin wird Linda von Helen zu Dr. Young geschickt, der unter Zuhilfenahme eines Fernrohrs feststellt, dass Linda keine Klitoris hat, zumindest nicht da, wo Frauen sie normalerweise haben, erfindet den verschollenen Kitzler aber bald darauf in Lindas Kehle, woraufhin sie ihre Erfüllung per Oralsex sucht und auch findet, daraufhin beginnt sie als Dr. Youngs Assistentin zu arbeiten und beglückt damit nicht nur sie ich selbst, sondern auch dessen Patienten. Das ist das Schlimmste und was ich je gehört habe, wunderschön. Also pass auf, dieser Film lief erst so inoffiziell, also der wuchs organisch oder tumorartig dann an und wurde irgendwie immer größer und damals gab es auch in den Staaten viele normale Kinos, die Pornos gezeigt haben und dann wurde der Film in manchen Bundesstaaten verboten, was dazu geführt hat, dass die New York Times den ausgiebig im Höhleton besprochen hat und also der wurde so riesig und dann noch krasser, der Hauptdarsteller dieses Films, das ging sogar so weit, ist sogar in den Knast gegangen für die Rolle. Also der ist nach drei, vier Wochen wieder entlassen worden, aber der wurde erst mal für fünf Jahre verurteilt und das Krasse ist, der Film hat halt nur 20.000 Dollar gekostet, aber hat 600.000 Euro in Summe eingespielt und keiner weiß richtig, wo das Geld geblieben ist, weil es natürlich auch in diese Mafia-Strukturen, das waren irgendwelche von, oh das habe ich jetzt vergessen, von, egal, okay, reiche ich auch nach, also auch auf jeden Fall von einer größeren, bekannteren Familienclan, bla bla, Geschichte und ja, das war irgendwie, das hat mir so Freude bereitet, ich habe das gelesen, wie die haben sich bei einem, als Pornodarsteller kennengelernt und dann bin ich da so rein und das hat mich belustigt irgendwie, also das, daran wollte ich dich und die ZuhörerInnen teilhaben lassen. Ich würde sagen, damit gehen wir raus. Oder? Positiver kann es ja nicht werden. Nee, außer mit einem Corona-Test. Auf jeden Fall. Im Anschluss der Folge. Nee. Tschüss. Tutu. Das war's, immer wieder vorm Kamasutra der Zungenakrobatik. Bis zum nächsten Mal. Ah. Ah. Bis zum nächsten Mal.